Ich hab dich jetzt den Knaller schütteln! Ich hab dich jetzt den Knaller schütteln! Okay! So? Nein! Warum? Ist mein, mein, mein... Ist der Matt... äh, ich... warte mal... Ist der Pfeil im Wach... Das ist mal alles eingeschlafen... Da! Du machst doch aus der Reichweite zusammen! Das ist eine Fla, die ist nicht eingeschlafen... Genau! Wie lang? Wie war deine Männertour letzte Woche? Wie viele Biere hast du gefahrt? Ei! Warst du denn am vorausweigenden Tag verkater? Oder ansprechbar? Oder... Hattest du zu gut schlafen? Also gut schlafen, ja. Lange schlafen nicht, weil wir um 9 Uhr wieder zu Nürburgring gefahren sind. Und dann? Hattest du auch Autos gefahren oder nur Autos gefahren? Oh! Und wir sind... In der Box vom Profi-Team noch mit rein. Mein Kumpel dann Fahrrad... äh, gekannt hat. Alles klar, das ist cool. Und wir haben auch coole Fotos gemacht. Ach, das waren die Autos! Ja. Ich möchte übrigens auf jeden Fall zwei Stunden... ...dass man uns hört, dass du trotzdem deinen Starting Zoom hier etwas zur Unterhaltungs-Screen an hast. Ich bin dein Arsch! Au! Ich bin dein Arsch! Das war richtig unser Leben! Ich bin dein Arsch! Okay, machen wir so. Aber wie findest du denn eine Starting Zoom mit dem Unterhaltungs-Dingy? Das finde ich gut. Aber dann darfst du halt nicht den Sound vom... Ja, das hab ich, äh, hab ich, ja. Mhm. Verkackt. Verkackt! Verkackt! Genau! Wir warten mal wieder auf den Mann in der Runde, auf den Hahn im Korb. Ka-ka-ka-ka! Fry! Riki-Riki! Take back your points, because, you know, wir spielen nicht Kult. Haha! Ne, aber wahrscheinlich war das so ein Hinweis. рай! Errl macht es aus. Okay. Ja, das wird ehrlich gesagt nach j Virtual- Switzerland gelesen, die ganze Zeit verfügbar, Ja, ja. Äh, äh, aus-aus, Faltung annehmen ist an. Datalala, schenalala, datatatatatatatatatatatat Qualifizie-AAAAAAAAAAAAAA мод über platt Board of �. provider und über belose planes. Ich sag mal, ó, dann nicht nur ganz ein paar prossige Schauer. ja wie findest du meine eule eigentlich und ich hatte vielleicht auch vor mal so einen kleinen wolf mal zu malen und dann hüpfte er mal hoch wenn du redest und für flase und fischli das kann ich kann man nämlich auch einstellen ich weiß jetzt noch nicht wie ganz genau aber man kann es einstellen und dann tell me why you have to laugh weil weil sound von dem anderen server ich habe nicht das aufgemachten ein du musst schon auf start drücken ich warte hier so warte so und warte so nein bei mir ist ich warte immer noch auf den haus dass er das spiel starten wo ist eigentlich doctor who oh doctor who gute idee danke frau doctor who wird initiiert moment ich dachte das packen werden oder so dass man die es ist kein plugin das ist eine browser 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 also es ist eine eine browser quelle wie wie ist das nochmal discord dinges bums ja dann kann man das einführen bei denen gibt es mich auch irgendwas mit gruppe und ich habe noch keine ahnung wie das mit der gruppe funktioniert warum ist das warum bist du da was soll das der der das bild oder das fenster von dem streamer stream bord einfach mal so komplett abgeschnitten und ich hatte nur ein ganz kleines ding zum angrabbeln das wird nicht geladen was ist da alle augen warten mal wieder auf dich guck doch in den stream ich glaube mein vodafone mag dein vodafone nicht wir setzen juna gleich eine gopro auf und dann gibt es eine doggy cam ja im moment würde sie schlafen also die die cam würde sich nicht bewegen wenn juna liegt auf ihrem scheton und raps tier schön neben mir die haben übrigens meinen lieblings bug gefixt matze vorher war das so wenn du wenn die sich wenn die wenn die sich verteidigt haben also wenn die ihre waffe vor sich gehalten haben so als verteidigung dann konntest du denen trotzdem den arm abhauen das haben die leider gefixt also in dem letzten großen fix der nicht jetzt ist an die leute da draußen der kommt erst in sieben stunden der neue patch naja wir haben nur den letzten patch noch gar nicht gespielt genau aber es ist ein neuer patch für uns nächste woche ist direkt wieder neuer patch ist auch geil ja gelesen kochtöpfe kochtöpfe ja es ist auch direkt in dem lager wo wir sind ist direkt bei der bei die neue nightwave ist ein paar mal links und hier loxlead und so ok muss war für mich nachher noch mal starten damit ich bis 400 tage kommen ich bin fast bei 232 lad schneller spielen wahrscheinlich muss ich gleich auch noch neu starten weil das spiel dann fragmente hat weil ich du mein kümmern können so nein ich mache mal kurz den network ich habe voll schluck auf im sorry nein nicht sorry aber sorry was ja 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 so erstmal taps für dings 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 wisst ihr was ich eigentlich super ätzend finde ich finde ja sowieso ätzend dass man das noch ein paar also ich finde sie jetzt also ein paar leute sind ja noch hier auf wie heißt das ding facebook oh gott ja und wurde ja auch über facebook was geschrieben und dann wollte ich das auf dem handy mit der facebook app nachgucken messenger richtig funktioniert nämlich nicht weil man braucht für facebook zwei zwei apps warum war das schon immer so war bei facebook aber das nervt hat mich wahrscheinlich schon immer gelernt ich habe immer wieder jetzt steht hier du hast connected aber ich sehe dich nicht ich lade ja auch noch loll ernsthaft guckt doch jetzt jetzt ich lecke noch ein ein bisschen moment bin ich hier stinkt sie passiert wir haben hier aus draußen gespeichert aber wir waren doch schon wieder durch liegt hier eine leiche ja seid ihr euch sicher und golfbälle die golfbälle hast du beim letzten mal versucht ja ja aber ich meine wenn man das jetzt so bei mir sehen würde also was ihr sehen könnt da sind so blutige fetzen die blut rausschießen und ihr habt pots gefunden oder oder sind die hier nur ne hier müsste direkt einer liegen bei dir hat auch irgendwie die ich glaubt du jetzt fehlt die hälfte vom level cool okay ich muss neu starten ist das bei dir so ich wollte eigentlich schon mal fragen hey soll man einmal kurz vorladen dass ich das spiel aber nicht haben kann und dann noch nicht vielleicht nächstes mal machen wir das so ja okay cool da müsste noch einer den habe ich vom baum geholt ich habe gerade schon überfluss geguckt und so glücklich dass wir aber schnell und die ja auch selbst ab also noch die da verbrennen die da schon liegen wenn das jetzt wieder so ewig da war dann okay man muss es nur einmal sagen wenn das jetzt schon wieder so lang geht ich bin schon geleitet ich bin am leiden ich bin am lauten vor allem das ist bei dir auch bei dir ein ram problem was ich ja lustig finde weil ich 32 gigabyte an ram haben ja aber vielleicht hast du extrem langsamen ram eigentlich nicht wahrscheinlich liegt das aber auch daran dass ich einfach viel zeug an habe ne also das kann auch sein dann mach doch mal deinen zeugen ja gut aber dass du dass du dass du dass du ich muss noch mal optimieren dass deine ram geschwindigkeit falsch eingestellt ist nein ich muss noch mal alles noch mal optimieren oh jetzt habe ich sogar ein zelt hier hey und berge vorher nicht nein und ich konnte direkt das circuitport aus dem aus dem und geräusche geräusche also sieht los wie das spiel besser und irgendwie ja da ist so ein kochtopf und feuer sogar und geld er trägt das kochtopf denken ich gehe schwimmen okay ach du bist runter gesprungen ach da kann man den kocher auch mitnehmen das wäre cool und das ist der der sogar stinkt den habe ich gehört aber ich habe ich nicht gesehen lustig liegt doch gleich im wasser der 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 stecken wir müssen an strand aber wir sind doch gerade ins wasser geflummt und mit ladies and gentlemen ab an den strand i am thirsty way to have to drink und so erleben sie die leute auf einer insel einfach verrückt kommt gerade auf die insel weil man hat das ja auch ein unfall und so und dann rennt durch die stadt für die stadt durch den ball so war da hätte ich aber auch angst so den dem möchte ich nicht begegnen ich muss unsere verwirrte alte freundin wieder einfangen wir müssen sie ruhig stellen und in die gewahrsam nehmen wir müssen dich anschnallen ich habe hier eine beste für dich am fluss sind freunde ich sehe sie aber sie doch leifen weg ich bin jetzt auch nicht daran interessierten kampf anzufahren die laufen alle brav über den fluss auf der anderen seite und machen auch die machen die trinken hier also hast du ich habe einen golfschläger möchten sie einen golfschläger kaufen ich habe golfschläger ich glaube nämlich dass die boi ja tatsächlich nicht hier unten ist das heißt wir müssen doch kommst du runter kommt schon runter komm legt durch jetzt doch mit denen oder was nein der hängt das ist einer von dahin ach du bist einfach weitergelaufen ich habe keinen bockstreit anzufangen okay aber das wenn die 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 hinterherlaufen ich hoffe was er hat klar wieder runtergerichtet das macht meine soundkarte von selber keine ich bin einfach krank glaube ich ich aktiviere nein rejekte nein wie heißt das wort interagiere danke interagieren mit der kamera ohne dass die kamera an das nennt man krank sein da ist das zelt da müssen wir hin richtig genau aber die frage ist ob das tatsächlich die boi ist die dinge ins letztes gemeint hat als er uns so freundlich geholfen ach so ja weiß ich gar nicht deswegen ich würde aber wir wollten wir wollten ja auch eh alles einmal nachgucken weil wir sollten vielleicht sowieso noch mal nach komm mal da denkt nur dran dass der haie sind wollen wir einmal speichern ja das haben wir dahin gelegt sollten vielleicht speichern bevor wir uns an die haie machen ja oder vielleicht hat der typ da die auch hallo typi was haben sie eine boom box und ein pistol rail ich muss ich muss euch sagen sie hat heute ein paar ältere musikstücke gehört und ich glaube deswegen sie ist sie auch in dem mut warum ist das wasser leer ich bin traurig und sie rollt davon das wasser rollt aber haben wir uns die nicht warum können wir die nicht mitnehmen und füllen hier sind leere wasserflaschen aber wir nehmen sie nicht mit zum wasser füllen ist das nicht so es gibt so viele coole life hacks die man machen kann das würde ja niemand machen oder dass er flaschen mitnehmen und jetzt speichern ich bin voll 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 jetzt will ich speichern ich bin speichern habe gespeichern was sieht man ja genau ich würde mich ein prepared to be again be seen die sohn bis da ein bisschen mutscheln are you ready for the sharks mutscheln hier sind ganz viele mutscheln liegen ich nicht mehr aufnehmen kann ich muss einmal die flossen anlegen das ist eine gute idee wäre ich glaube es war matze aber da war was wo sind genau einmal rüberflatschen ganz ganz rüber nach rechts und dann liegen sie neben den dingen so und die pistole ausgerissen okay pichole shotgun aktiviert ich meine pistole aktiviert haben wir noch wir jetzt noch jemand schildkröten testen ja und tut da war eine schildkröten panther und fleisch fleisch kann ich mir aufnehmen und die eier so traurig let's swim with the schildkröte die städten viel schneller als die erste zeit viel viel schneller boah wie schön man schnell schwimmt das ja krass wiii und da wasser den haien patsch 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 da letztes Mal waren wir auch ohne ähm wasser äh rebreather und ohne flossen waren wir glaube ich ne mhm wie weit noch? oh ich bin da pff au lol das hinter mir ist nein ah ich komm nicht hoch help 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 ich warte ich muss eine szene abwarten help help der brauchst du hoch auf die du bist schon da okay ich konnte grad durch die oh durch die die das gummi das zeug einnehmen da ist ne zahnbürste und zahnpasta can't carry any more pistols und verrottete apple oh oh you can't carry more apples äh 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 pistols aber hier ist nix ne er hat auch keine keycard okay vielleicht sind wir hier auch ähm ist ja auch keine bäu hier ne ja wo sind die scheiß haie show yourself show me your haies das war ja dieses äh ich anscheinend hat er schon gedötet hallo haie so sie anlocken oder was ja warum nicht ich bin so nicht wo oben und unten ist vielleicht sind hier auch gar nicht so viele da 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 voll ich sehe keinen hei das wasser schwarz na gut dann wird da ne der ist tot oder das ist der ist tot dann lasst uns doch an den strand kann man was von ihm nehmen laufen ob wir ne boje ok kann man hier mit dem da hinten ist ne leider nein ist da was auf dem ne ist nur das feuer ich würde in richtung süden den strand ablaufen ok weil die andere seite haben wir mehr erkundet ja unter wasser und go iiii ich sehe schon kommen irgendwas schwimmt im wasser er schießt drauf aber es schießt jemand anders in den fuß ja ich bin gut mit dem schießen ich schieße allen in den fuß und gleich den wet suit wieder ausziehen habe ich um die klippe drumherum also von daher würde ich die klippe drumherum schwimmen ok da war ein fisch aber man sieht nicht wirklich viel unter wasser das ist echt schade und stein oh algen ne seht dann ah vielleicht wenn es ein hellerer tag wäre könnte man mehr sehen so hier kann man das nicht lang laufen ok einfach mal sollen wir noch an der klippe weiter schwimmen oder naja ihr könnt laufen oder schwimmen das ist relativ überhaupt zu viel schwimmen ich glaube schwimmen ist schneller oder weiß nicht jetzt laufe ich ich laufe ich laufe hier im wasser jetzt nehmen wir schon ein gebiet ok warte jetzt jetzt schwimme ich wieder ungleich snack waren nicht ja auch in dem spiel killer wale tatsächlich müssen wir moschit fischen sein ja irgendwo sollten glaube ich weil mich hier rennen theoretisch das ist normales schwimmen oh oh wow oh wow wow ist es dunkel äh 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 oh fuck ich komm zu dir muss ja nur meinen Namen folgen ja ja aber im wasser sieht man gar nichts mehr das ist komplett schwarz hier außen sieht man das sehen und du hast noch den ähm Anzug an oder? ja dann bist du sowieso langsamer ach ja stimmt ich würde dich ausziehen Moment wait a second wait a second oh fuck dieses Menü ähm ja warte jetzt bin ich schneller das stimmt warte 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 ich muss den auch noch ausziehen wie ziehe ich den aus einfach was anderes an ne an 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 ich möchte wieder ein kleiner Matschmenschlein so perfekt mir fällt gerade ein dass das ganz schön dumm ist was wir machen ähm ja weil wir suchen eine Boje die auf dem Wasser ist die wir nicht sehen weil wir hier nachts lang laufen sollen wir schlafen mal gucken ob wir hier irgendwann hat schon die Plane bereit wenn er hier bauen könnte er hat sie nämlich schon in der Hand so nein nein kriegen die hier glaube ich nicht hingelegt na gut kriegen wir die hier hingelegt auch nicht oh shit oh shit geht nicht no no nö will er nicht äh nina äh nina das ist alles dieser Stein ne oh hier war es tief oh hast du hast du Licht ne oh sag doch da war tief war Wasser die könntest auch noch mal tief äh patsch patsch hier muss ich auch das flackern das finde ich das wisst ihr ja hier war hier ist tief hier ist tief hier ist tieeeef tieeeef die spiel kann sich nicht so ganz entscheiden ob sie tief ist oder hier ist tief hier ist schwimmig schwimmig ich habe auf die andere Seite gesprungen Mattel hübsch doink doink hier ist hier ist wieder schwimmig ich glaube ich ziehe gleich mal ein doink oh guck mal ein Stück dran benutzt du die vibra äh die tolle engine oder so können wir hier ne Plane hinlegen können wir hier ne Plane hinlegen hell und auf einmal wartes hell da ist was wie in dem Wasser dort ist ein Fockel oder da ist ein Fockel Fockel aber hier ist nichts hier ist nichts was wojenmäßig ich glaube auch nicht dass da irgendwas wojenmäßig ist ne ich glaube wir hätten einfach da die ganzen Höhlen mal abgucken sollen wo wir waren ja aber ich weiß auch nicht ob das wir waren in den ganzen Höhlen von dem aus wo wir waren ja aber nicht nochmal ganz neu oder von allen wir waren nicht in allen aber wir können ja trotzdem am Strand entlang laufen ob wir noch was an wir sind nämlich generell wir sind nicht unbedingt am Strand viel entlang gelaufen wir waren eher in den Bergen und es wäre klug wenn wir mal gucken ob wir noch was anderes am Strand vielleicht si si Senora und dann ist es auch einfach ein schöner Ausflug am Strand Bibi wo bist du ich möchte Händchen halten Bibi Kevin Kevin vielleicht vielleicht kann Kevin also wir wissen jetzt wo eine Boombox ist vielleicht kennt Kevin die jetzt endlich mal nach Hause tragen weil ich habe auch gelesen dass wir einen Lockset bekommen haben und er kann da ja auch hin warte jetzt will ich was ausprobieren ähm where bist du denn wo bist du denn wo bist du da bist du komm her nein das war das falsche ich habe da auch nicht drauf klicken wollen ich wollte nicht danke okay das funktioniert nicht ich wollte den Kochtopf mit Wasser füllen kann ich den Kochtopf da drauf tun ja ich kann ihn drauf tun ja ich kann ihn drauf tun äh und dann okay vielleicht kann ich so aus deiner okay ich kann den Kopf ich bin water correct quiet wir brauchen water 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 ja aber ich konnte ihn auch nicht mit äh lustig macht was ihr wollt ich erst mein Fleisch mein Topf ist wieder da halt bleib da ich durfte ihn nicht mit Seewasser füllen freunde freunde nein nein das war dumm egal der kann ja hier den Pfeilen ausweichen hallo ih eins oh aua so ja stimmt du bist ja irgendwie ja komm nein das ist aua das ist kein das war kein Kick ne au der bringt mich um mama du sollst mich doch nur kicken du Arsch nicht nicht ja ja ah war das schön ich habe es hingekriegt ah dankeschön er ist doch nicht tot was der nächste ist dann Mats der dann so ein Team entkriegt ich habe das wo wo äh wo was hä was hä was ist gerade passiert something happened ich habe Geräusche gehört danke wo wo kann nicht mehr gehen danke Wuschel dankeschön vielen lieben Dank und willkommen hier im ähm im ähm im ähm im Forrest am Strand wir grillen wieder äh Freunde holen wir nicht du alle ab naja Malfrey, ich weiß auch so, du kannst wie, danke, willkommen, willkommen, wie geht es Ihnen, wie hast du uns gefunden und, äh, hallo, in der verrückten Tatsache. Ich bin voll. Was, voll? Pouches hast du voll? Irgendwann habe ich voll. Boah, warum, das ist... Ich kann keine Dings-Technik machen. Meine Pouches sind auch voll, mein Zeug ist auch voll und ich kann keine Pouches aufmachen und sowieso. Ich muss mal gucken, ob ich... Ich kann Menschen verbrennen. Du kannst Menschen verbrennen? Das ist nett. Oh, scheiße, darunter waren irgendwo Fische auf dem Scheißfeuer. Na, jetzt sind es keine Fische mehr. Jetzt ist es Kohle. Du hast schon öfter reingeguckt und noch nie geschrieben. Also, äh, 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 wenn man das sehen könnte, würde ich jetzt rot werden. Dankeschön, aber es ist schön, dass du mal dich dazu durchbringen konntest zu schreiben. Also, ich meine, ich kenne das auch. Ich, ich schreibe auch nicht immer so gerne Menschen, die ich nicht kenne, an. Davon können die beiden hier ein Lied singen. Oder ist mir... Was? Aber schön, dass du, äh, reingesch... Ich bin... Mein Hirn funktioniert... Hilfe! Willkommen im ADHS-Stream, wo Wörter nicht echt sind und... Wörter sind schwer! Gedankengänge nicht funktionieren. Aber wir freuen uns trotzdem super, super sehr, dass du einmal geschrieben hast. Also, einmal geschrieben, zweimal geschrieben, dass du schreibst. Das freut uns sehr, sehr. Uns allen. Hi. Hi. Das Fla ist mein... Oh, nein! Also, hör nicht auf, aber hör auf! Also, also... Äh, äh... Ah! Oh, Mann, Bibi! Hör! Noch, äh! Bibi hat mich erschrocken. Bibi! Bibi! Hallo, Bibi! Bibi hat den Daumen hoch. Bibi findet es gut, dass wir Leute verbrennen. Ähm, also... Ad Errol. Also, erst mal, äh, Worsche hat gesagt, hat sich wahrscheinlich erst mal kringlich gelacht und zu sympathisch, ne? Und deswegen, äh, Dankeschön erst mal. Komplimente krieg ich nicht so oft. Das... Oder bin ich nicht streng damit. Ah, Bibi! Komm, nimm mal mal. Ähm, und, äh, von Freit Fla, theoretisch. Wink, Emote! Sonst sag ich Fla, sie soll dir auf den Arsch hauen und du machst es, wenn ich das mache, kommt, kommt das pervers. Also... Oh, ein Feuerball, Jus! Also, wenn Fla mir auf den Popo haust, kommt das nicht pervers. Ich dreh dir doch immer nur den Hintern. Ja, ja, ja. Also, Freit möchte unbedingt, dass wir einen Wink im Mot machen. Ich möchte auch einen Wink im Mot machen und... Aua! Ich brenne! Why? Wir wollten die Kannibalen verbrennen, nicht dich. Aber ich esse Fleisch, äh, Menschen... Theoretisch... Die spaziert am Strand entlang. So romantisch. Sagst du mir etwa, dass sie... Vamos a la Playa macht? Yes. Sie geht am Strand entlang. Sie kommt zu Strand. Let's go! Let's go! Warte, stopp. Sonst kriege ich Ärger. Medizin und Rüstung. Medizin und Rüstung. Ja, wir haben klug. Okay. Und, 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 und... Und, und... Trinkt wir eine Brause, denn eine Brause macht uns brauselig glücklich. Ich, äh, äh... Viele fucking energy drinks muss ich eigentlich für dieses Kacke schief mit trinken. 50. Du Scheiße. Trink. Eine gesche... Eine gescheite Begrüßung ist das Wichtigste. Das, da, 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 da haben sie recht. Da haben sie recht, da haben sie recht. Und du hast ja schon gesehen, eine Skizze ist vorhanden, aber ich bin immer noch nicht happy mit dem Ding. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher mit der Zeichnung. Aber, aber, aber wir, aber wir machen. Wir, wir arbeiten. Also, ich meine, es mischt damit mit wir, ne? Das wisst ihr, ne? Also, manchmal... Manchmal geht das. Fuck, Wuschel, danke. Vielen lieben Dank. Die Wuschel-Crew. Juhu, danke. Danke. Bogen? Bogen, Bogen? Bogen? Ein Boot. Achso. Ein Boot. Da war ein Stein. Es sind überall Steine. Aber da haben wir ein Stein. Aber es ist nicht der Stein. Ja, 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 also das, was Matze animierte, das fand ich auch cool, das von der kleinen, den kleinen, den kleinen Fuchsi. Ja, 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 ja. Ich dachte nur, dass irgendwie, wäre süß, wenn die Eule halt von oben reinkommt und winkt. Keine Ahnung, warum das mein, mein Hirn so toll finde. Vielleicht, vielleicht wird es ja auch animiert. Aber animiert kann nicht jeder nutzen, das wäre doof. Hör auf, die Schildkröten ausraten. Hier sind genug davon. Hier sind genug davon. Aber sie haben ja noch nicht mehr ihre Eier gelegt. Das weißt du nicht. Hast du danach gegraben? Hallo, da sind Löcher in... Warte. War das nicht mehr... War da nicht was mit Schildkröteneiern im Patch noch letztes Mal? Irgendwas war doch da. Nee. Nein? Schildkröteneck, Schildkröteneck, bla bla bla. I don't remember. Me not. Me, me not, me not, me not. That well. But very, very thank you. Ich muss auch noch das, das mit dem... Mit dem... Mit dem... Ja. Mä? Knuppel? Was machst du? Nee, das ist ein... Das ist ein... Lass mal gucken. Das ist die falsche Flosse für ein Orca. Es ist aber ein Orca-Gesicht. Nein, das ist ein Hai. Es ist ein Orca-Gesicht, aber es ist ein Hai. Weil die... Die... Die Endflosse ist ja bei einem Orca horizontal und nicht vertikal. Es sei denn, die soll so gedreht sein, aber das... Ach, du meinst das hier? Ich glaube doch, das ist gedreht. Der ist leicht. Das ist kein... Das ist ein horizontaler Schwanz, würde ich sagen. Weil Fische haben halt... Schwänze, die von Seite zu Seite gehen, um sich vorwärts zu treiben. Und die haben halt diese Paddelflüpfe... Ne, den Paddel. Genau, Säugetiere haben hoch und runter Schwänze. Fry spendet mal seine ganzen geilen Hai-Emos. Jetzt wissen wir überall, wo Fry abonnent ist. Zwei. Oh, hier ist noch einer. Oh. Klar, hast du den hier gesehen? Hier. Lecker. So viele Fische und Brote und... Vielleicht war hier mal eine Fischerei. Und eins ist Fail? Was ist ein Fail? Vielleicht ist das... Also wenn das Emote-Fail ist, dann ist das Emote halt nicht so cool. Meinst du, das süße kleine Mäuschen sind? Oder? Ja, es sind zwei Mummel-Mäuschen. Eine Hai und eine... Die hätten wir hier außen bräuchten. Diese dummen Rolli-Dinger. Die hätten wir mitnehmen sollen. Aber da hätten wir nämlich jetzt schwimmen können. Die hätten wir mitnehmen können. Aber die wären super hier für den Strand. Oh, hier ist Geld. Geld! Geld, Geld. Immer mehr Geld. Muni! Ich meine, also, Kleingeld. Damit kann man gut... Hier ist ein toter Mensch. Hier ist noch ein toter Mensch. Der ist schon ein Stück länger tot. Mit mehr Geld! Mit mehr Geld! Und fischen. Und hier sind Klamotten. Habt ihr die Klamotten? Was? Ich meine... Ich habe nicht drauf gesehen. Also hier sind Blazer. Den habe ich schon. Okay. Aber er liegt halt im Boot drin. Falls man den noch nicht hatte. Aber glaube ich, da fehlen welche. Ich habe bei einem... Ach so. Aber Mummel-Mäuschen hat die zwei Heiß. Weil das eine ist so süß, so mit einem roten Gesicht. So... Und das andere ist ein Hi-Hi. Hi-Hi! Ha! Und ich hoffe, ganz ehrlich, das dauert nicht mehr zu lange. Also Ende des Monats sind wir jetzt noch bis nächste Woche, ne? Ja, heute ist schon der 25. Ja. Und dann kaufe ich mir den Link. Also den Capture. Dann dauert es ein bisschen, dass der ankommt. Dann gibt es wieder mich zu angucken. Zu angucken. Zum angucken. Vorne ist ein Freundelager. Ein Freundelager. Lasst uns Freunde lagern. Hallo. Willkommen im... Schlechte-Witze-Stream. Können wir auch mit... Ich habe gar keinen Witz gemacht. Oder flach. Flach. Welcome. Tulari weiß nicht, wie Pants funktionieren. Ah! Wörter. Schwer. Oh, seid ihr weiter hinten? Kann doch nicht so weit weg, Mama! Miech. 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 Hier ist, glaube ich, eine Baumschule. So kleine Bäume, wie die wachsen. Sind das die Bäume, die nachgewachsen sind? Guck mal, so kleine Bäume. Am Strand vor allem. So viele Bäumchen. Guck sie dir an. Babybäume. Fry, magst du mir einmal ein Screenshot von den ganzen süßen Highs machen? Für Inspiration, weil die gehen ja dann wieder weg. Warum ruckele ich, Fla? Ich feile, schieße. Was? Du schießt, feile und ich ruckele. Ah, wir haben Freunde gefunden. Ein Freundelager, Matze. Ein Freundelager. Hat sie ja schon gesagt, aber da ist ein Freundelager. Wenn ich nicht da bin, dann ist er schon tot. Bist du dir sicher? Ich bin auch noch nicht da. Oh, mein Axt-Team muss einmal gewaschen werden, bevor ich zu den Freunden gehe. Das geht ja gar nicht so. Dann gib ich mal. Gehst du jetzt sauber? Meine Axt möchte nicht mehr gewaschen werden. Ich habe keine Feile mehr. Cool. Warte, ich komme. Ich befreie dich vom roten Mann. Gib mir deine Arme. Ich habe ein bisschen Hunger. Die kann ich von dir abschneiden. Gib mir das letzte Bein jetzt. Danke. Guck mal, hier sind die Eier, aus denen die schlüpfen. Was denn? Das ist heute echt eine Saume. Oh, 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 Leute. Leute, Leute. Oh? Oh? Oh, 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 oh. Lol. What? Ich weiß nicht, was mit den Fischern passiert ist. Die sind schön sauber. Oh, da sitzt jemand auf einer Kiste. Doch, doch nicht. Lass uns sagen, dass Jesus... Nee, die konnte über Wasserloch. Will jemand mithelfen? Serge. Madame? Ja? Ja, ich bin dabei. Warte, nein, noch nicht, warte. Wo ist das besser? Ich habe nur Tragen. Da ist das Messer. Habs Messer. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Vamos a la flea. Mann! Vamos a la flea. An Enrique Gustavo. Einmal. Einmal angefangen. Das ist ein toller Lied. Warum ist der überhaupt Schleim? Der Schleim fliegt weg. Nein, nicht, weil hier war Hank hier. Aber an den Häusern. Ja, wahrscheinlich war Hank hier. Hank hier hat ge- Ehemal hat Musik gefunden. Hörst du jetzt erst? Ja. Hast du dir so leise gemacht? Nein, ich bin einfach noch nicht nah genug dran. Ich habe dieses Night-Ding ins Bumsi. Das ist eklig mit der Schleimsache. Was? Das ist eine Werbung. Deswegen kannst du nicht weiter sagen. Klar, weißt du, wisst ihr, was in meinem Streamplan, also unten in dem Panel steht? Donnerstag. Songs of the Dorrest. Ja, okay. Aber ihr müsst ja auch was in den Cha-Cha-Chanel posten. In Cha-Cha-Cha. Man, da kommt ja so ein, ne? Wenn ihr Clips habt, dann kommt es, äh, postet es doch gerne in den Clippy Clips. Cha-Cha-Chanel. Mein Name ist Cha-Cha. Cha-Cha-Cha-Cha. Mein Name ist, äh, Cheap-Cheap? Was war das? Du musst aber vorsingen, wie war das? Mein Name ist Cha-Cha, das war Cha-Cha-Cha. Und was? Cha-Cha-Cha-Cha. Mein Name ist? Ja, aber was war das zweite? Warum können wir das eigentlich nicht mitnehmen? Weil wir zu dumm dafür sind. Wir brauchen Kevin dafür. Kevin, ich brauche seine Muskeln. Ich will sie essen, was? Kevin solltest du lieber nicht essen. Aber er schmeckt bestimmt gut gegraten. Gebraten? Gut geraten, gebraten. Und gegart. Da ist ein Baum. Ein Bäumchen, wunderschön. Hier sind Gräber. Da müssen wir graben. Offene Gräber. Ach so, sehr gemeinst. Ja, Wörter. Also in Amerika wären das jetzt... Warte. Wie heißen die überhaupt auf Englisch? Cascade und... Cascade oder Coffin. Genau, das wären dann Cascades. Weil Cascades sind viereckig und Coffins sind diese lustigen in Menschenform. Menschenform? Ja, oben breiter, unten schmaler. Das meine ich jetzt. Menschenform. Du meinst die sechseckigen. Genau. Danke. Freund! Ein festgebundener Mutantenfreund. Aber warum ist er alleine? Menschenform. Es hat den Umfang... Warum hast du dich befreit? Weil er tot ist. Komm her mit ihm heute. Danke, 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 Frey, danke Frey, danke Frey. Ich kann. Eins, zwei, drei. Nein. Stell, stell. Ich will nichts mitnehmen. Oh, ich auch. Ich wurde getreten. Es ist einfach im Sand verschwunden. Nein! Ja, super. And it's gone forever. Hallo. Wer kennt diesen Satz noch? La la la, la la la, was darf ich dir Mama sagen? Nein. 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 Ich bin ein kleines Schweinchen. Looks. Jetzt kenne ich das nicht und zweitens möchte ich es nicht kennen. Und Schweinchen Babe. Oh Gott, ich habe diesen Film schon immer gehasst. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen und das ist ein Geblieben. Ich war noch nie Fan von diesen 90er Jahren oder frühen 2000er Tierfilmen. Also. Ich mochte auch einen Hund namens Beethoven nicht. Ja, das war schlimm. Die und keine Ahnung was, weil das Einzige, die ich mochte, war Garfield, weil er hatte Cartoon-Augen. Aber ich mochte diese sprechenden Tiere nicht, die nicht Cartoonie aussahen. Aber es war trotzdem, dass dieser eine Satz hängen bleibt, ja? Oder dieses eine mehrere, ich meine, la la la, ist ja kein Satz, ne? Aber gehört das dazu? Ja. Ist okay, wir wissen, dass dein Gehirn nicht ganz funktioniert wie unser. Wie? Was? 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 Wie bitte? Hast du was gesagt? Mit Stress! Du meine Mutter beleidigst! Ja! Wir müssen jetzt auch nochmal mal planen, wie, ähm, 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 das mit dem 10., also an dem, am 10., wie, 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 wann ich los war. Für dich. Ne? Also es gibt einen Moment, da fährst du los, und dann gibt's einen Moment, dann kommst du an. Ah, 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 ah. Und irgendwann, nach dem Moment, an dem du ankommst... Guck mal! Will noch jemand einen Hai töten? Das ist doch ein Orca. Bist du sicher, dass du da einfach rausstrahlst? Ja! Hallo? Das ist tatsächlich ein Orca. You are absolutely correct. Ich hab nur einen geknickten, äh, wo ist er hin? Ah! Da! Dünün! Alalalalala! Skars sind doch lieb, es sind ja, oben. Ich schaue jetzt zu wie ihr euch beide umdenkt. Ich weiß gar nicht wo... Hä? Wo dich gebissen? Oder? Wo ist er? Da ist ein Hai und ein Orca-potenzial. Da! Der Hai ist jetzt unter mir. Okay, bye. Ich wollte doch mit dem Orca schwimmen. Der Orca hätte dich auch umgebracht. Nein, der hätte mit mir gespielt. Und dann hätte er mich umgebracht beim Spielen. Aber der Hai, weiß ich nicht. Er hat ja nur mich reingebissen, um zu gucken, ob ich eigentlich eine Robbe bin. Ja, ja. Und ob ich schmecke, genau. Die machen so Testbytes. Und die verwechseln uns mit Robben. Die sind nämlich sehr, sehr, sehr kurzsichtig. Das weiß ich nicht. Die haben halt diese verschwommene Ekelsicht. Meine Nachbarn macht irgendwas zu essen und das riecht irgendwie nicht gut. Nicht gut? Meine Nachbarn machen immer so geiles Essen und ich denke mir so, klopf, klopf, gib mir Essen. Hier sind noch mehr Böde. Das riecht irgendwie nicht so gut. Hier ist noch Kleingeld. Ich glaube, er wollte an einen Automaten. Tja, die Automaten sind ja in den Bunkern. Ja, ja, ja. Aber schön, dass... Scheiße, Schluck auf. Hier, mein Eukas. Eukas sehen, vom Weiten. Es tut mir leid mit dem Schluck auf, ne? Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, dass ich gerade so heftig Schluck auf habe. Obwohl ich trinke. Daran, dass du dein Diaphragma halt irgendwie kaputt gemacht hast. Also, du meinst jetzt, mein Sex wäre es? Ja. Ja, das sowieso. Aber da... Hi. Aber... Hi? Literally. Hi, hi. Wo? Hallo? Also, irgendwo. Hier draußen. War es ein Fischi? Egal. Lass dich nicht schon wieder... Du bist diejenige, die immer wenigstens Rüstung und Dingens hat. Lass dich nicht schon wieder... Ich komme ja schon. Kannst du dich noch daran erinnern, was noch geedit wurde? Oder gepatcht wurde? Oder was auch immer gemacht wurde? Nicht so gut, ne. Weil... Halt die Pops, ne? Ich versuche das auch nicht die ganze Zeit in meinem Kopf zu... Und dann... Ja, mach nochmal. Das sind zwei. Das ist ein Orca und ein Hai. Und der Orca jagt den Hai. Oh, das ist cool. Machen die ja. Da sind echt zwei, ne? Ja. Aber ich glaube, es sind einfach nur zwei Haie. Ne, das sind Orcas. Na, egal. Die sind zu weit draußen. Let's go. Soon we have maybe a boat. I hope we get a boat. Ich will die Orcas sehen. Da! Ui, der ist aber kaputt gewesen. Was war das? Er ist rückwärts zurückgesprungen. Weißt du, was ist immer so... Wir haben immer eine kaputte Finne. Aber die springen doch nicht aus dem Wasser. Da. Schon wieder. Sieht so strange aus. Macht das korrekt oder springt nicht mehr? Also... Ich denke, das ist ein Bug. Hi, Angelus. Was geht? Guck mal, wir haben kleine... Süße... Jetzt sind sie weg. Gucken wir uns gerade ran. Wie sich die Haie gegenseitig jagen. Das sind Orcas! Ich denke, das sind Orca gewesen. Ich glaube, mit den Finnen sind das Haie. Aber die waren so... Weiß ich nicht. Vamos! Ja, ja! Que se va, que sera! Vamos, vamos! Nicht viele Leute einfachsten können. Mein ganzes jüdisch und transspanisch... Was ist das für eine Sprache? Das ist ein... What the hell? Wee! Keine Ahnung, meine... Mein Brain... Nein, also... Du hast jemanden fast getötet? Warum? Erzähl! Wegen der Pipi Sache oder wegen dem neuen Kack? Nicht wegen Kaka, oder? Und Klassenkameraden getötet hat er. Mal vulkanische Formation. Warte mal! Warte mal! Warte mal. Ich wollte am PC... Ach so! An der Fahrer-App erweiter lernen und er macht die ganze Zeit mit dem Ball hin und her und werfen und der ist bestimmt... Also... What? Wieso schmeißen die in einem Klassenraum, wo man theoretisch am PC sitzt, einen Ball rum? Bescheuerte Kinder. Also bescheuerte Leute. Also für mich sind das Kinder dann. Sorry. Du bist ja nicht... Du bist ja kein Kind. Du machst ja Ausbildung. Also, you know what I mean. Also das ist ein Kinderverhalten, das meine ich damit. What the fuck? Ich will den Käpt'n's Hut haben. Welcher Hut? Ja, oder? Woll unfair. Super unfair. Okay, bitte ne mitnehmen. Leider, nein. Aber du kannst deine Uhr klauen. Pfff. Und das Alkohol-Zeug, was man... What the fuck? Ja. The strong stuff you can take with you. Er wollte, äh... Weil er keinen Bock hat. Ja, dann... Ah! Geh raus aus dem Raum, verpiesel dich, mach... Melde dich krank, ist mir egal. Also solche Menschen braucht man echt nicht. Sorry. Aber gut, dass du dich zügeln konntest, weil, äh... Es hätte ja nur schlimmer enden können. Weißt du es doch. Auch wenn es doof ist. Solche Menschen mag ja auch nicht. Ah. Und ne... Blub, blub. Ich hab was gehört. Ich hab ne Dose weggeschmissen. Nein, was schreien das? Das sind Möwen zum Teil, ne? Echt? Die Möwen machen Kree, Kree. Ne. Aber wahrscheinlich das machen. Ich hab nichts. Ja, für ihn. Genau. Es hätte böse enden können. Ah, doch. Da. See? Mein Gehirn hört auch Sachen, die voll weit weg sind von mir. Und... Loll. Komm her, Bitch. Jo, Bitch. Ja, ist abgeschaut. Ich mach mal kurz Essenspause hier. In-game-Essen? Ja, natürlich. I was gonna say. You know that. I eat my cat food every day. Yum, yum. Und eine Dose trinken. Ich will eigentlich Essen vor dem Stream machen. Das hab ich dann dementsprechend von der Zeit her voll verpeilt. Dann, dann, dann. Mama verpeile ich das auch und dann mach ich das aber nachher. Vor dem Stream essen, das schaff ich überhaupt nicht. Du bist gut, wenn du vorher arbeitest. Das Ding ist, ich hab grad hier noch was bei einem anderen Spiel gezeigt und deswegen haben wir die Zeit irgendwie ein bisschen verplempert. Ich hatte Geburtstag in ihrem Spiel. Essens, der hat mich erstellt. Also nicht erstellt, sondern ein Kind nach mir benannt. Oh, ich wurde geboren und ich wurde benannt. Deswegen musste ich auch manche Fragen fünfmal lesen und hat mich dann eine Antwort verhauen. Dadurch hatte ich 42 Testfragen falsch von Fahrprüfung. Fahrprüfung. Was? Korallen. Korallen. Korallen? Fahrprüfung. Falsch von 169. Ah, oh, schön. Aber theoretisch, wenn du dann mal Ruhe hast, kannst du ja alles. Das ist doch schon mal gut, aber nervig, weil das ja dann gezählt wird. Weil, ne? Genau. Aber sei froh, wenn du dann die Fahrprüfung hast und die ganzen Sachen hinter dir, dann musst du nicht mehr zum Unterricht gehen, sondern nur noch Autofahren. Der Wind hat die Richtung geändert. Ja, ist früher geworden, ne? Und wir haben eine dicke Wolke übrigens. Ich sehe keine dicke Wolke über uns. Aber ist okay. Dynamisches Licht und so. Ja, ja, ja. Wir haben alle einfach anderes Wetter. Pires. Uh, Energydrinks. Trink! Und da müssen Gummibäume gepflitzt werden. Fährst du so oft gegen Bäume? Oder hast du Angst, gegen Bäume zu fahren? Das höre ich da mal so raus, ne? Ich hatte, hab immer noch ein bisschen Bammel. Ja, ich weiß, ne? Ich fahre schon seit 2013, also seit 10 Jahren fahre ich Auto und hab immer noch ein bisschen Schiss vor der Autobahn, weil mir das zu schnell ist. Also, wenn da die anderen überholen. Ich fahre meine 90, meine 100 auf meiner rechten Seite und die können mich überholen. Ist mir egal. Also so. Hast du deinen Führerschein erst so spät gemacht? Ja. Ich habe mit 16 angefangen, dann hatte ich meinen Papa als Fahrlehrer. Mein Papa hat dann einfach mal gesagt, komm, ich geb dir mal die 90, weil, ne? Ich hab mich nicht sofort getraut, auf 90 hochzugehen in der ersten Fahrstunde. Und dann hatte ich Panik, dann hab ich Panik geschieben, hab ihn angeschrien und angemeckert. Er ist nämlich viel freundlicher zu Fremden als zu seinen Kindern. Also beim Autofahren, er ist natürlich nachsichtiger und, no, ja, hast du gut gemacht. Und bei mir, nein, du musst das jetzt sofort können. Dann hab ich fünf Jahre Pause gemacht. Ach so. Und dann hab ich, war ich kurz nach der Schule arbeitslos. Bevor ich meine Auszubildendenstelle gekriegt hab, hab ich dann innerhalb von zwei Monaten die Prüfung gemacht, also alles vorbereitet. Also ich muss ja nochmal alles nachholen, alle Stunden, alle 14 Stunden. Dann hab ich in diesen paar Monaten dann direkt zur Prüfung angemeldet, Prüfung bestanden mit Nullpunkten, also Fehlern. Und weil es dann nicht mehr die Prüfung, also es gab keinen Platz mehr für meine Fahrprüfung, also die praktische in 2012. Und dann musste ich halt im Januar 2013 meine Fahrprüfung machen und hab dadurch auch einen anderen Führerschein bekommen als ein Freund, der mit mir zusammen den Führerschein gemacht hat. Der hatte den, genau. Wir sind beide aus demselben Grund auch in Januar reingeschoben worden. Genau. Wegen BE und BE. Ja. B und BE. Ja, ja. Ah, lustig, weil das ist bei mir auch der Fall gewesen. Ich hätte meine praktische Prüfung theoretisch früher machen können, aber dann hieß es ja, schiebt jetzt die ganzen Leute rein, die noch ein BE machen wollen. Ne, ich hab ja kein, also ich hab kein BE, also ich hab nur, ich hab nur BE. Aber das Ding war ja damals, die haben den BE geändert. Ach so, ja, stimmt. Also ich darf zum Beispiel einen kleineren, ich hab, ich hab irgendeine komische Regelung, aber ich... BE ist ja mit Anhänger. Genau. Und es gab damals halt eigentlich nur ein BE und dann haben sie aber zu 2013 den BE aufgeteilt in zwei verschiedene. durch die ganzen Leute, die halt hätten halt jetzt nochmal extra zahlen müssen und extra Sachen machen müssen. Deswegen haben die die Leute, die BE machen wollten, vorgeschoben. Ja, ist ja auch okay. Ich wollte ja auch keinen Führerschein mit Anhänger machen. Dafür hab ich ja meine Eltern oder meine Schwester oder meinen Bruder, der hat das auch. Hey, du hast deine Prüfung auch in einem halben Meter Schnee gemacht. Ja, ich bin auch danach sehr viel im Schnee rumgefahren und ihr wisst alles, was ein kleiner Smart Four ist, ein älterer 2012 war so ein kleiner, die kleine Knutschschule, richtig? Damit bin ich über Eis und Schnee gefahren, Berge hoch und Berge runter. Es war sehr gruselig, aber ich hab's geschafft, ne? Also... Es war sehr, sehr verschneit, das Jahr in NRW. Ja, also... In Januar. Aber es war so... Nee, das mit dem Smart, das war vor vier Jahren, da wo das Schneechaos war plötzlich, im März. Das war aber auch das letzte Mal, dass es im Winter so dick geschneit hatte. Aber es war sehr interessant, so, äh... Und man sollte den Fahreinfängern echt so ein kleines Knutschflügchen geben, so ein Smart, der wirklich von Wind weggeweht wird. Na? Dann, dann lernt man Angst zu haben. Bei Wind. Ich würde damit umzugehen. Ja, das auch. Oder was auch geil war, ich hatte den ja auch noch, oder ich durfte den ja auch noch fahren, als ich mein Praktikum in Hengelo hatte, wo dann diese Sturmböen waren von 170. Wo ich dann nach Hengelo... Bibi! Also nach Hengelo fahren musst du auf der Autobahn. Sie bringt hier gerade eine Hasen. Aber genau, zweifelig ist die Antwort auf alle Antworten, auf alle Fragen. Und wir kennen wirklich die Frage nicht. Da hast du recht, wo schon. Und Bibi kam halt, du hast durchs Bild gerannt mit dem Hasen und der flog halt neben ihr. Bibi. Für mich. Intent doch nicht. Okay, die ist aber so oft sich zugegangen. Aber egal, durch so kleine Knutschkugeln, wenn man kein direktes, dickes, sicheres Auto kriegt, dann lernt man wirklich Autofahren. Oder halt mehr Respekt vor Autofahren. Farben. Das ist ja für mich, Bibi. Ich weiß es nicht. Hast du dann gerade das Zelt gebaut oder war das schon hier? Ja, das habe ich gerade gebaut. Okay. Also schlappi, schlappi, schlappi. War dunkel. Ich versuche nur gerade abzuwarten, was Bibi mit dem Hasen macht. Wenn ich meinen Führerschein bestehe, kriege ich von meinem Onkel für das ganze Wochenende, ein ganzes Wochenende. Es wird immer einer, meine Onkel ist, boah, 65er Jaguar. Da muss er aber vorsichtig fahren. Ganz vorsichtig fahren. Weil wenn du den kaputt machst oder ankratzt, boah, genau, hat er dir genocht. Stoppst du den jetzt? Ja, tut es. Ja, genau, dann fährst du mit dem Fahrrad mal durch. Ja, das ist nicht schön, Aber du kennst das ja, du bist ja aus Friese, du musst das kennen. Ich muss kein Fleisch mehr aufnehmen. Oh nein. Wenn jemand Fleisch möchte, dann liegt er vielleicht gleich noch. Aber das war, oh scheiße. Hä? It is snowy die. Ist es schon soweit? Ja. Du scheiße. Das dauert ja bei mir immer einen Moment. Ja. Das Gute ist, der läuft ja dann auf meinem Onkel und ich darf dir nur fahren. Okay, das ist auch praktisch. Dann, ja. Wenn das dann geht, aber trotzdem. Sei vorsichtig. Katzenfutter wird echt nicht schlecht, auch wenn du es aus der Dose rauskommst. Ja, das ist das Geile mit Katzenfutter. Das ist ein bisschen strange. Ich müsste auch gleich nochmal meine ganzen Fleischstückchen mal braten, die sind nämlich alle gammelig. Muss ich die erst droppen? Damit die wieder einfach nur aufs Feuer legen. Falls das noch geht, ne? Das geht noch. Okay. Ich hab's heute schon mal gemacht. Ja, gut. Das ist mich nur eben mein Fisch und... Und ich würde auch gerne mal Cabrio vorfahren. Das hab ich auch noch nie gemacht, ne? So, ich war's. Aber irgendwie trau' ich mich das auch nicht mit Cabrio. Weiß ich auch nicht. Ich hab immer Angst, dass was wegfliegt, aber Cabrios sind ja so ausgelegt, dass da eigentlich nichts rausfliegen sollt. Eins, zwei, Es ist halt eher so, dass, ähm, der, der Luftdruck dich, dass, das, das, der, der, die Aerodynamik was runterdrückt. Ja. Trotzdem hab ich ein bisschen Angst davor, weil so ein... Ich den Hund mitnehme. Ja. Oder den richtig gut anschnallen. Ich hab ja einen Anschlager für Yuna. Oh. Oh, Yuna springt. Nein! Die ist ja schon mal aus dem Auto gefrungen, die blöde Kuh. Da standen wir, ne? Aber trotzdem. Ich will jetzt sofort da rein und kuscheln. Da waren wir vor der, vor der Haustür von Mama. Das ist sowieso. Ich will sofort da rein. Glaubt ihr, Vivi wird im Winter kalt? Sollen wir ihr was anderes zum Anziehen geben? Äh. Oh. Der Schnee ist bei mir gespawnt. So auf einmal. Was würdest du ihr denn anziehen? Den Badeanzug? Ne, eher unsere Uniform. Uniform. Zumindest wärmer als... Camouflage-Suit? Den hier? Oder den Lederanzug? Äh. Der Lederanzug ist am wärmsten. Ja. Der rote, oder? Und wir sehen sie dann auch. Sie hat auch einen... Ja, im Schnee sehen wir die dann effektiv besser. Äh. Sind das... Ist das... Ist das Feuer aus? Mhm. Ja, weil Schnee. Mal gucken. Ich hab nämlich noch ein bisschen Fleisch, das, äh... eklig ist. Man muss das Feuer halt wieder anmachen. Ich hab's grad angemacht. Dann... solltest du vielleicht Detter reinschmeißen direkt, oder? Warte, warte, warte. Ich hab's jetzt angemacht. Jetzt krieg's erst mal... Blätter! Das ist jetzt dick genug. Viel Spaß! Und danke schön, dass du da warst und mal geschrieben hast. Freut mich. Freut mich immer wieder. Und freut uns auch. Ich sag einfach, wir freuen uns alle. Lack und Leder, jawoll. Und dann mal danke fürs Abo. Hilfe! Meine Katze hängt mit ihrer Kralle in mein... Au! Socke! Ai! Socke geht. Wolltest du hochkrabbeln? Haut vom Arm ist schlimmer. Ah, ja. Ich mag Katze, aber da... Da... Das geht zu weit! Ich glaube... Wart, bleibt mal da. Bleibt mal, wo ihr seid. Wir bleiben da. Ich trinke auch noch ein bisschen. Ich bin auch am Essen und... Ja, es kann sein, dass wir da hoch müssen. Ich habe jetzt... Es wäre dumm, im Winter jetzt zu schwimmen. Es kann sein, dass wir hier nicht weiterkommen. Du zimpelst mit dem Füß und dann denkt sie, oh, das ist spielen und dann... Krabbelst du danach, das kenne ich, das mache ich auch manchmal auf dem Boden und dann kommt Juna auch immer so, ah, du spielst! Komm, lass mich mit deinem Fuß spielen. Juna verheddert sich zwar nicht mit ihren Krallen, aber sie leckt dann deine Füße ab, die Blödsache. Sogar mit Socken. Wir kommen hier außen lang, aber es wäre trotzdem klug, hochzugehen. Also, wenn ihr könnt, könnt ihr Inland schon mal ein bisschen hochgehen. Okay. Weil, äh... Halt speichern. Okay. Ich habe jetzt gegessen und bin voll und speichere. Ja, ja. Was sollte ich noch sagen? Irgendwas hatte ich noch... Wollte ich noch sagen mit dem Smart, aber ist egal. Irgendwas, irgendwas, du wirst weggepustet. Ja, aber das ist wirklich so schön, dass man das merkt. Ist nicht schön, aber... Er musste dann ausgetauscht werden, weil, ähm, irgendwas mit der Aufhängung nicht mehr tat. Der war ja auch alt, ne? Leider, leider. Er war so toll, er hat wenig verbraucht, man kam echt weit mit dem Ding, ne? Und man kann es nicht glauben, es passt ziemlich viel in Smart rein, ne? Das war ja ein Vorvor, oder? Ne, das war das... War der normaler? Das war der kleine, die Knutik-Kugel. Die Knutik-Kugel. Ja. Sehr süße. Heißt du das im Hintergrund an? Heißt du Plätscher? Ja, ich hab grad eben Plätschern gehört bei dir im Hintergrund. Das kann sein, denn... Ich hab einen, äh, Kapselbrunnen für meine Hunde. Ja, das hört man. Der ist wahrscheinlich ein bisschen leer, deswegen, äh, plätschert er gerade. Muss ich bald wieder nachfüllen. Ja. Ich hab einen Freund im Gebüsch, aber ich geh immer durch. Ja, also... Also wir könnten zwar unten lang, aber das wird schwierig, weil spätestens da, wo diese Halbinsel ist, die connected mit dem Rest, kommen wir nicht lang. Also müssen wir sowieso hoch. Also... Warte mal da oben. Ja. Du wartest wahrscheinlich schon. Äh, erinnere mich nicht an... 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 Smart. Es gibt, äh, da eine sehr strengende Geschichte mit meinem besten Freund und mir. Oh. Habt ihr gehen tragen? Einmal weggetragen? Der ist ja schon gleich, du klein. Juna, äh... Leck, gefühlt überall. Füße, Hals, Gesicht, Achsel. Hallo, ja. Ich schmecke auch lecker. Hallo? Ich bin ein exquisiter Geschmack anscheinend, der ein super Leck schneit. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du einfach sehr salzig. Hatte mich schon, äh, gefragt, ob Hunde, äh, salz... Ne, die haben... Also klar, Hunde können Salzmangel haben, aber, äh, salzig ist halt super lecker für Tiere. Oder Hunde, äh, auf jeden Fall. Und die, die schlabbern das super gerne ab. Bin ein salty girl, that's right. Salty bitch. Ja. Komm, komm, komm mal in den. Ich höre jemanden, der Häuser bauen möchte. Äh, was? Pfff. Weißt du, ich komm hoch und einfach der Baum zerstellt und du bist da an dem Baum. Also, er hat mal eine, seine... Also, er hat mal seine 140 Kilo auf den Hüften gehabt und ich meine 120 und wir sollten ihn als Leihwagen kriegen und haben uns wunderbar das Auto gestellt und der Mann gefragt, ähm, gefragt, ob, äh, und wer entscheidet, wer schneidet aus dem Ding dann wieder raus? Ja. Ich meine, große Menschen passen da rein. Aber, äh, die Vorstellung ist mir auch lustig. Man kann sich ein Smart auch vorstellen wie so ein kleines Klauenauto. Ne? Was baust du da? Ja. Oh, komm. Ich hab die Zeit zu überbrücken, die du mit Menschen quatscht. Lass mich. I'm learning how to, how to, how to socialize, you know? You're socializing. Yeah, that's creepy. I'm shy. I'm so shy. Ausma. I'm not shy. Ja, wir wollten es nicht ausprobieren, weil er hätte ja ein fetter Oberschenkel, ja, und sein fetter Oberschenkel. Ne, ähm, vielleicht war es, wenn ihr Glück gehabt hättet, wäre es ja dann auch eine Halbautomatik gewesen. Dann hättest ihr nur nach vorne und nach hinten schalten müssen und nicht mehr so richtig schalten schalten. Und, ah, jetzt weiß ich wieder. Genau. Mein Papa sagt, er ist ja Fahrlehrer, seit, äh, 50.000 Jahren ist er, kann er, fährt er ja Auto. Ähm, und, äh, weil der Smart ja dann kaputt war, ey, klar. Das macht er uns ja älter auf unser Haus. Weil, weil, weil der Smart ja dann weg war und, äh, irgendwie mussten wir, äh, musste ich dann mit dem Wagen von meiner, meiner Schwester fahren. Das war ein Schaltwagen. Der Smart war eine Halbautomatik. Und ich hab's nicht mehr hingeschissen gekriegt, äh, schissen gekriegt, zu schalten. Und der sagte so, man verlernt, äh, verlernt das Schalten doch nicht. Ich sag euch, ja, man verlernt das, man verlernt das so sehr. Doch, wenn man nicht fährt, dann dreht man das durchaus. Und ich find, äh, schalten ist scheiße. Ich mag Schalten. Ich mag Automatik. Automatik macht schon mehr Spaß. Dann kommst du viel schneller weg. Bist du hier ins Zeitpark? Äh, ähm, also, wir sind ja jetzt alle da. Wo möchten wir denn hinlaufen? Ähm, achso, theoretisch müssen wir weiter auch außen lang. Ich bau nur eben Kram, weil ich weiß kann. Okay. Außerdem wissen wir dann, was wir hier fahren. Mir wird Kombi gelernt, dann, äh, kann ich später beides, wenn ich fahre. Äh, genau, also, äh, fahrschultechnisch hab ich auch Schaltwagen gelernt und auch mit der, äh, in der Prüfung einen Schaltwagen gehabt. und Automatik ist ja dann, ne? Was halt viel interessanter ist, als eigentlich Automatik zu lernen. Oh, Max, das tut mir leid. Weil Automatik lernen ist eine Sache. So einen Wagen erst mal anbekommen, wo du keinen Schlüssel reinsteckst, ist erst mal das Abkommen. Oh, die sind weird. Eine Freundin von mir hat auch so ein Auto, wo sie den Schlüssel in der Tasche haben kann und dann geht die einfach ans Auto und kann den aufmachen. Ja, den, aber den zu starten ist halt das viel lustiger. Da musst du auf den Knopf drücken, oder nicht? Ja. Ja. Aber beim ersten Mal ist du halt davor und denkst dir, äh, wie mach ich die? Ja. Meine Schwester auch gesagt, äh, wo muss der in den Schlüssel rein? Ja. Gar nicht. Was für ein Schlüssel? Tuck, tuck. Ja. Bis sie dann mal gecheckt hat, sie hat ja gar keinen Schlüssel. Weil ich hab den in der Hosentasche gehabt. Das hat er auch noch. Und sie hat das Auto halt aufgemacht. Das ist weird, ne? Das ist, ich mein, du bist nah genug dran und dann geht er auf, ne? So, irgendwie ist das. Ja. Ja, bei mir ist es, du kommst mit dem Schlüssel an die Nähe, dann gehen schon die Außenspiegel. Ja, also, hallo! Die Ohren angewinkelt. Wie du das nicht möchtest. Mhm. wahrscheinlich kann man da auch was einstellen im Auto. Ja. Was ich auch cool finde, ähm, den Wagen, den ich jetzt fahren darf, der auch meinen Eltern gehört. Bei, ne? Ist halt so. Die Versicherung und so. Ähm, da ist, also der hat so Rekupo, also er gewinnt Strom zurück, ne? Wenn ich ordentlich fahr. Und man kann, äh, und er verschließt, also er, ich fahr los und nach ein paar Sekunden oder Minuten schließt er sich komplett zu. Also du kannst nicht mehr von außen rein. Auch wenn ich anhaltende, kannst du nicht von außen rein, nur wenn ich von innen dann aufmache. Was ich sehr gut finde. Macht aber der Wagen meiner Eltern auch. Ich find das super gut. Achtung. Macht mein Auto auch. Ähm, hast du einer, sag Achtung, du läufst direkt runter, ey. Ich bin daneben gelaufen. Äh, hat einer von euch noch Planen? Leider hab ich eh nicht. Aber Planen hab ich, ja. Ich hab Planen gesagt. Was? Also machen wir jetzt doch ein Haus? Ich bin jetzt verwirrt. Ja, wir machen eben eins. Okay. Ein Planhaus. Man sollte angeblich jetzt Planen auf Holz legen können. Okay, ich bin gespannt. Aber ich hab keine Planen mehr. Okay. Dann, warte, ich möchte mal eins bauen. Ich mach dir so selten die Dinger. Dann kannst du uns zum Lecken bringen. Genau. Ich möchte euch heute, heute bringe ich euch zum Lecken. Mein Hirn. Wunderschöne. Total. Ja, mein Hirn ist schön. Dreh ich nochmal. Du bist schön, aber da f***st du nichts. Was? Du bist schön, aber da f***st du nichts. Du bist schön, aber da f***st du nichts. Kennst du das Lied nicht? Du weißt nichts, mal was dafür, dafür kannst du nichts. Ich kann hier, entweder, weil ihr immer reinspringt, aber ich kann hier nichts bauen. Du musst auf den, also eigentlich heißt es, man könnte jetzt Planen auf Holz legen. Du musst auf den Boden gucken. Mach ich doch. Das war ziemlich gerade runter. Mach ich doch. Und das geht nicht. Rot, ist rot. Jetzt geh ich mal kurz raus. Hier ist grün, äh, hier ist weiß. Hier kann ich, ich kriege auch das Zeichen mit dem Ja und hier nicht. Das ist ja schwach. Naja, dann geht das nicht. Dann können wir die Planen doch noch draußen hinlegen. Kann ich jetzt eigentlich schon speichern? Hallo? Schuhe gleich die Waldaussicht. Du hast da rein? Ich glaube, wir brauchen nicht noch mehr Holz. Nee, ich glaube auch nicht. Was war das? Weiß ich auch nicht. Ich wollte ihn da hinlegen, aber er mag nicht. Aber wahrscheinlich, weil hier keiner ist, ne? Die wollen sich nicht verbinden. Richtig, weil wir keine Stämme in die Außenwinde gemacht haben. Ihr Bösis. Ihr könnt jetzt hier eine Mitte einbauen, aber das macht ja auch keinen Sinn. Ich grafiere jetzt eine Ecke und, äh, ist die Plane denn jetzt stabiler? Ohne Frage. Was machen wir denn jetzt da? Äh, nein. Es evident bei Matze hat gerade... Ja, ja, ja. Oh? Ah! Es war nicht hoch genug! Ja, deswegen gehe ich gerade nämlich auch nicht lang. Wenn du mir mal eben was angebst, ähm... Ja, Alter. Achtung, haben sie bereit? Ja. Ui! Au! Lol. Ich habe sie gekriegt. Ich habe zwar Schaden genommen, aber ich habe sie gekriegt. 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 Und die einfach angeflogen kommen. Super gut. Flup, flup, flup. Ah! Äh, äh, äh. So viele Bäumies. Aua! Ah! Ey, verblüb ich noch mal. Ne. So, mach jetzt. Ah. So. Oh. Ey. Au. Bleib hier. Was tun sie denn da? Warte. Nein, nein! Nein, nein. Was? Ich bin so weit! Siehst du dich, dass ich noch welche habe? Ja. Denk das! Oh, das! Ja, da liegt doch schon ein Ding. Es sind genug! Es sind genug! Niemals! Doch! Au! Das hat mich in meiner Animation unterbrochen. Ich bin so ein Ding. Leute! Es reicht! Nein! Niemals! Niemals! Oh, hi! Wie hab ich das gemacht? Ja, weil... Indem du den Leichen greifen wolltest, wie ich hab... Nein, nein, nein! Ich hab grad einen Stamm gesetzt! So. Jetzt könnte ich welche gebrauchen. Warte, funktioniert das nochmal. Das funktioniert nicht. Achtung! Ich setze jetzt einen Stamm. Warte, warte, warte. Funktioniert das? Ach man, grad war's doch noch. Grad ging's doch. Oh, geht das nicht mehr. Da, da war's. Achtung! Stamm setzen! Hallo! Gar nicht weird oder so, ne? Oh! Jetzt kriegst du auch endlich mal Schaden. Endlich mal, sagst du. Endlich mal! Ich wollte eigentlich ein Schrägdach machen übrigens. Deswegen, also der hier außen, kacke. Wieso? Ich mach doch einen Schrägdach. Oh, wir machen ein anderes Schrägdach. Klar. Hä? Du wolltest einen Schrägdach haben. Ja, ich dachte mir, wir machen... Warum will wie du? Warte. Das war dann... Den wegschmeißen. Den aufnehmen. Dazu. Warum schmeißt du den runter? Den Brachen? Wieso? Dick, das. Dick, das. Ah. Ich... Ah! Hier kommt immer mehr angerollt. Da liegen noch zwei irgendwo. Ja. Hier ist mein Ganze. Von ins Gesicht! Nein, Gott. Du hast schon zwei Rüstungen formiert, da schön. Ah! Was? Wir haben gar keinen Spaß. Lüge. Oh, ihr habt einen von den Stämmen ernsthaft kaputt gemacht. Indem ihr hier... Loll. Wieso kann ich den jetzt nicht hier schräg dransetzen? Ah! Fuck! Schwimmel! Na... Äh, oh, was denn? Er ist im Haus! Ja, und er... Ich hab's durch ihn in ein Fenster in den Boden gemacht. Ich seh's. Ich hab's geregelt. Man hat's hart getötet. Mit der Pumpgun. Wortlich schlank, Mann. Sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun. Aber Vorsicht am Gerät. Du spiel. Du spiel. Du spiel. Du spiel. Du spiel. Ich treff dich nicht mehr. Ist doch gut. Au! Ey! Oh, da sitzt jemand am... Baum. Der ist unauffällig. Man sieht den gar nicht. Ganz unauffällig. Was war das? Äh, ein, 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 ein... Seilzug. Nein, oh Gott, nein, Matze. Außerdem sind hier Menschen, die jetzt zu uns kommen. Wie will er nicht? Hä? No, no, no! Ist das der Freund vom Baum? Ja, ich glaub, das war der Freund vom Baum. Warum nicht wieder? Der hat da ganz bestimmt drauf. Ganz bestimmt. Daran glaube ich. Und dafür steh ich mit meinem Namen. Ich versteh nicht mit meinem Namen. Marcel Davies. Wie heißt der Typ noch gleich aus der Haarshampoo-Werbung? Haarshampoo-Werbung? Ich dachte, das wäre hip, der das macht. Das ist... Er hip macht das auch. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Das ist der hip. Ja? Glaube ich. Liegt noch einer hier rum? Im Haus liegt einer. Wie wechseln wir den denn jetzt aus? Ich weiß nach wie vor nicht. Ich kann hier auf dieser Stelle keinen hinsetzen. Ich weiß nicht warum. Das ist ein halber. Der ist kaputt, der Stamm, glaube ich. Kann das sein? Ich habe schon mehrfach versucht, ihn zu reparieren. Hier. Auf einmal kann ich ordentlich in andere Richtungen welche dran setzen. Seltsam. Sehr seltsam. Seltsam, seltsam. Ich mache hier gerade ein Stil mit. Oh, der Freund ist zurückgekehrt. Er ist noch nicht genau dran, aber ich habe ihn gerade gesehen im Wald. Möchtest du dein Kumpel essen? Jetzt geht's ja. Hat ja geklappt. Hm. War der zu lang? Oder nee? Da ist ein... Hä? Sie haben eine kleine Minischräge gebaut? Rüstig. Hey. Kommt er einfach nicht hoch. Ah! Da bin du! Warte. Warte. Nehm den jetzt einfach einmal nochmal weg. Und den auf. Und den auch. Machen wir das nochmal. Ja. Komm schon. Sei lieb. Er will ja nicht mal in die Richtung, ne? Ne, deswegen. Vielleicht denkt er, dass da irgendwie ein Baum im Weg sei oder so? Aber dann würde er... Er hätte ja unten ja auch nicht erlaubt. Deswegen wundert mich das so sehr. Warte mal, nur testen. Kannst du da was hinbauen? Also kannst du jetzt von dem zu dem bauen? Ja, das geht. Okay. Kann man den wegnehmen? Ne. Ne. Das soll ich ja vorhin probieren. Hm. Was ist das für ein Geräusch? Feuer? Ja? Nö, das führst du auch nicht. Du klapperst mit den Zähnen. Okay. Klapp, 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 klapp. Hat jemand eine Idee, wie man das hier unten reparieren könnte? Was? Ich habe ja vorhin ausweise in ein Fenster reingeschlagen. Ja. Wie geht man das? Hey. Erstmal musst du das Ding da wegnehmen. Okay. Okay. Warte, warte. Oh lol. What are you doing? Ich habe aus Versehen, ähm... Oben, also an den Baumstammen eine kleine Stufe gelegt. Das wollte ich nicht. Da, schon wieder. Ich kann noch nicht so richtig rauserkennen, was, was, wann, wo, was, wohin gesetzt wird. Was, was ich meine? Dankeschön, oh schön. Hm. 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 Könnte man mit denen machen. Ich hab nicht ins Haus gebaut. Nein, nein. Niemals. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Oh, fuck. Ich klau dir nicht deine Stämme, nein. Warum willst du das nicht? Warte, was? Das ist hier eine Stufe. Oh. Ich hatte ihn übrig. Ja, ja. Das war doch mal B, ne? B, wir bauen. B wie bauen. Tap, sledge, oder... Was? Was bringt es? Aha. Oh. Lockslet. Basic Lockslet. Oha. Mit Schädeln. Müssen wir mal machen, wenn wir zu Hause sind. Interessant, interessant. Wie mache ich nochmal vorher? Wie meine ich nochmal vorher? Das war mal Sticks, ne? Wie mache ich nochmal vorher? Ja, mit Stiggis. Aber mir wird nicht gesagt, dass Big kalt ist. Im Inventar zitter ich noch mehr, das ist krank. Ähm, nein. Jetzt machen wir Steine drauf. Ich habe meine ganzen Schäle im Inventar mitzittern. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Dann lasse es dann, geht halt eine Seite nicht. Aber das ist Bullschnitt. Shit. Das ist doch wirklich... Ich weiß auch nicht, warum es nicht geht. Jetzt sehen wir was nicht, weil... Weil... Schnee. Wir haben am nächsten Planer eingegraben. Also wir können sie, glaube ich, nicht mehr aufnehmen. Ich habe mal gerade Feuer gemacht, ne? Ach, was. Und dann... Wir gehen erstmal mit dem Feuer da rein. Mit dem... Mit dem kleinen... Wahrscheinlich ist eh vorbei, ne? Steine drumherum. Nein, ähm, mit dem Holzscheit, wenn wir das wollen, mit dem Feuer füllen. Brauchst die kürzesten, die du kriegen hast. Hab ich, hab ich, hab ich. Musst du dann spalten. Hab ich, hab ich. Und dann muss man am Feuer noch irgendwas sehen, ne? Ja, aber es darfst du... Musst du ein Gestein... Stein... Okay. Dann fehlt noch ein Stein. I need one stone. Alles ist voll Schnee. Hey. Hä? Oder wir machen das überall so einen kleinen Abstand hoch. Dann passt es ja auch wieder. Dann müssen wir alles neu machen. Hallo, Vivi. Was ich jetzt machen kann, ist das hier. Oder auch nicht. Das hier. Oh! Au, 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 au. Ich brenne dich auch noch. Das ist schön. Wollte gerade sagen, einer von euch brennt. Und bin tot. Ich wollte gerade Medikamente nehmen. Kacko. Kacko schmacken. Ich trinke mal was. Und wir haben 50 Tage survived, ne? Yay! Also. Wurde mir gerade noch angezeigt. Könnten wir es ja auf der einen Seite wenigstens so machen, ne? Das ist dann... Jetzt auf jeden Fall, wir erstmal speichern. Okay. Dann müssen wir auch gleich weiter draußen. Außen an der Insel lang. Ich muss erst mal heilen. Und, äh... Ich mache das im Haus. Oder auch nicht. Denn das Haus ist aus. Das Feuer. Dann bei mir ja kalt ist. Ja, frier, ja. Ich brauche Ducktape. Wie viele Knochen habe ich? Die draußen liegt irgendwo das Rienpatsch. Oh, nice. Da ist jemand, der bei uns das Haus lag. Bibi. Mhm. Wo sind die Steine hin? Ich habe doch gerade... Das war fast fertig, das Stein umrandete Feuer. Jetzt ist das Feuer weg. Plus Steine. Ich fühle mich verarscht. Puh. Puh. Ducktape. Seil. Wie viele Seile habe ich? Zehn Seile. Ich kann mir zehn Rüstungen machen. Also, wenn nicht genug. Ne? Ist das Feuer denn noch da mit den Steinen? Wir haben jetzt dann so alles gemacht. Aber meine Steine sind weg. Ich fühle mich so verarscht von dem Spiel. So, jetzt kann ich wieder schön Knochen zusammengegeben. Warum läufst du uns Feuer? Wenn ich das Rennen vorbeilaufen wollte. Bin zu fett. Bin einfach zu fett. Hat jemand mein Fleisch vom Feuer genommen? Habe ich das jetzt aus Versehen gemacht? Kann sein. Kann sein. Ich habe vergammeltes Fleisch drin. Und here you get all the rotten meat. So it will become normal meat again. Drück falsch auf where. Ich mache mit rechts die Kran. Also, warum funktioniert das nicht? Wir können tatsächlich keinen Schnee sammeln mit dem Pott. Wie will er denn Wasser haben? Ich verstehe es auch nicht. Äh, pack den mal gleich drauf, warte eben. Und dann, oder pack den drauf und versuch mal mit dem, wie heißt das, mit der Flask mal drauf zu gehen. Also, du hast ja Wasser drin. Vielleicht sagt der, okay, du kannst das Wasser jetzt reintun. Oder so. Mach ich gleich mal. Ja. Ich habe noch viel Rope. Kampf oder Abbau von Bäumen? Abbau. Alles gut. Winter bremst echt aus in dem Spiel, ne? Wir können aber auch nicht die ganzen Wetter hierbleiben, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch zwei Rope, aber wir haben genau mehr. Was wollte ich? Ich wollte testen, 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 testen wollen wir alle. Einmal Pöttkin. So, wenn ich jetzt da rausgehe, ist der Pott noch da, okay, cool. Dann mit der Flask... Nein, ich trinke selber. Äh... Cash. Es fehlt halt Wasser. Water required. Ja. Lass mich doch Wasser hinzufügen. Das ist noch ein bisschen simuliert. Und die Flask geht auch nicht. Letztlich nicht. Und Wasser kann es halt auch nicht auswählen. Oh, kannst du was reinwerfen? Ich habe Blätter ins Feuer geworfen. Achso. Dann nehme ich den wieder mit. Geh speichern. Was tust du? Ich muss gucken, ob ich vielleicht Schnee schaufeln muss. Weißt du auch nicht. Aber man schaufelt halt Dreck und kein Schnee. Vielleicht brauchen wir auch so ein Wasser auffangen, wie von den Schildkröten-Dingern. Aber das wäre auch ein bisschen ätzend unterwegs. Ja. Oder ein Eimer. Aber wofür brauchen wir den Pott? Der ist ein Eimer, also... Weiß auch nicht genau. Wir sollten schlafen. Okay. Sleepy, Sleepy? Sleepy, Sleepy. Sleepy, Sleepy. Das müssen wir noch kapieren, wie das funktioniert. Wir finden es raus. Ja. Erstmal hoffen, dass wir den Winter überstehen. Oder das Wasser geht halt nicht am Meer einzusammeln. Kann ja auch sein, weil das ja Salzwasser ist, ne? Ja, aber das müsste man ja auch abkochen können. Ja, deswegen dachte ich ja an das Wasser. Aber wenn das im Spiel halt nicht geht, dann müssen wir mal gucken, ob wir an einem See vorbeikommen und das mal testen. Ich habe da vorne einen See gesehen. Gehe da mal testen, ja? Ist nicht weit weg. Ja, wir müssen ja sowieso weiter in... Okay. In die Richtung hier? In Richtung... Äh, Richtung Osten. Okay. Hier ist ein See... Ein Teich, ein Pfütze, fast. So. Und jetzt gehe ich da... Daher. Aber was vergessen! Da habe ich jetzt zugefroren. Ach. Du bist hungrig. Ja, gut. Ja, ich habe ja auch nicht kurz gegessen, hat er recht. Es ist mein Fleisch, das gerade noch gut war. Rotten. Ich kriege die Füße. Ja, du hast es dir auch gerade vor mir... Nein, ich hatte noch gekochtes Fleisch und ich habe dir das Rottenmiet wieder draufgelegt. Und... Das habe ich jetzt vergessen. In dieser Nacht ist es wahrscheinlich mein Fleisch verrottet. Ist das dumm? Ja, du kannst es dir aber einfach wieder auf... Ja, ja, ja. Ich habe es jetzt nicht erst nach Katzenfutter gefuttert. Das habe ich gerade auch gemacht. Ich komme aber und mache mal kurz auf Fleisch fertig. Ich habe jetzt auch noch zwei Arme und ein Bein. Alles gut. Äh, hier ist der Stamm ja weg. Ja, den habe ich da weggemacht, damit er einfacher langkommt. Ah. I did that on purpose. Never ever ever, never ever. No, 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 no. Äh, äh, da haben wir ein Haus. Äh, äh, Kevin. Also, wir sind nicht weit weg von Kevin. Ich glaube, er fiel eher, dass Kevin zu uns kommt, weil er auf unser Wort nicht mehr gehört hat. Oh. Auf unser, dass er da bleiben soll. Bibi bringt uns gerade einen Fisch. Ist das ein Fisch? Ist das ein Fisch? Es ist ein lebendiger Fisch. Ist das ein lebendiger Fisch? Wie bist du denn in einen lebendigen Fisch gekommen, Freundin? Das ist eine gute Frage. Ist ein Holzstamm drin, ne? Äh, da, wir haben Freunde. Freunde! Ich weiß nicht. Bibi hat noch nicht geschossen. Ah, ist so cool. Ah, okay. Bibi hat sie gefunden. Äh, ich glaube, Bibi auch. Sie rennt gerade wieder weg. Ach da, die kleinen Freunde, die krabbeln da. Sollen wir dann weiter oder habt ihr nicht gegessen, nicht gespeichert? Nicht gegessen, getrunken, gespeichert. Warte, speichern nochmal. Nochmal speichern, bevor ich nochmal... Matze, hast du noch irgendwas? Nö. Ich glaube, Matze ist immer sehr gut vorbereitet. Es ist eher... Hängt eher an mir, dass ich es nicht vorbereite. Hehehehe. Hehehe. Komm mal zurück. Ich bin voll gefressen. Ich habe ein bisschen getrunken. Und wenn wir den Seh finden, dann... Also der noch funktioniert. Meist einfach los. Ja, so ein Bächle. Dann sollte man das mal testen. Das ist mal näher an die Klippe und dann weiter Richtung... Näher an die Klippe, wumm, runter. Nein, runter nicht. Ja, runter plumpes. Kevin ist gleich bei uns. Er hat es gleich geschafft. Ich bin tatsächlich zu weit runter. Never mind. Er will hoch. Ui. Herzigen Energie. Das komische Geflatter war gerade ein kleiner Prinz, der den Kopf geschüttelt hat. Plump, 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 plump. Die kleinen Knüppelpuffel. Wo ist es? Ist es? Da ist ein Matze. Natürlich nicht. Er hat nicht auf uns gehört. Er hat jetzt mal bei der gesamte Insel zu uns gelaufen. Hey, ich vermisse euch. Wahrscheinlich so in etwa. Das nächste Mal muss er halt eine Blumenbox mitnehmen, wenn wir eine finden. Ja. Wo wollen sie lang? Da ist auch das blinkende Pünktchen noch. Wait. Ja, das ist ein bedingender Punkt an einem Haus. Wann ist da ein Blinky? Weil wir da noch nicht weiter konnten. Uns fehlt da eine Karte. Ist das das schon? Ich glaube schon. Wir haben da extra ein Haus hingesetzt. Naja, es kann sein, dass das da schon ist. Okay, wir müssen aber weiter inland, um hier lang zu kommen. Ansonsten kommen wir nicht außen lang. Nicht mal mit Werkzeugen-Power? Schwierig. Na gut. Und bald ist überall ein kleines Häuschen auf der Karte. Ich meine, das ist okay. Wenn überall Häuschen sind, dann sind wir auch überall sicher. Ja. Dann müssen wir... Ah, da waren wir auf jeden Fall schon mal. Ja, und wir können halt auch überall schlafen. Ja. Zu dem... What else you gonna do? Und speichern. So. Ihr kommt mal gut hoch. Äh. Komm schon, Bergziege, in mir. Aktiviere dich. Danke. Nein. Meine Zinkbauer hat mich verlassen. Nein. Auf geht's. Auf geht's. Ab geht's. Los. Los, Digga. Okay. I'm cold. Entwett. Warum will ich den Bett? Weil du durch den Schnee läufst. Was passiert, wenn Schnee an deinen warmen Körper gerät? Aber ich schaff doch extra meine Winterwachen an. Bin, was los. Ach, hast du das... Hat sich gerade erschrocken. Er hat ein Kissen vom Sessel geschmissen. Er selber, ja. Und dann hat das Kissen was anderes berührt und macht so Killing. Und ich so... Was ist das denn? Hundis halt, ne? Äh, Freund, das ist ein Schaffell. Da musst du nicht buddeln, damit's reich geht. Hunde. Möchtest du herkommen? Komm her. Prinz, komm her. Hunde. Hunde. Komm. Komm. Das ist der Sarian. Das ist ein See, der tut. Das ist kein See, der ist die Pfütze. Das ist der... Tut die Pfütze dann wenigstens? Nö. Nö, ne? Was los, klar. So ist gut, ne? Oh, Puschel ist gut. Guck mal, wir waren ja auch auf der Halbinsel. Das war doch die lustige Insel, wo da so viele am... Wo ständigste Gehtner gesehen haben. Genau, am See. Da waren wir also auch schon. Also da ist nicht das, was wir meinten mit dem... Was brauchen wir nochmal? Keykarte. Einen Ort zwischen dem Ort und Boje finden. Genau. Und da müsste auch eine Keykarte liegen. Und da wollten wir eigentlich am Strand gucken. Und deswegen... Na, und wir laufen hier lang, weil ich mir nicht sicher bin, dass das Zelt auf dem Wasser die Boje war. Ja, ja, ja. Deswegen laufen wir hier außen lang. Und das sollte doch eigentlich eine Höhle sein, ne? Die wir dann hätten betreten müssen sollen. Naja, es könnte ja auch sein, dass die Keykarte bei so einem toten Soldaten liegt. Ja. Die Pistole, die wir gefunden haben. Aber die lag ja beim Pistuch. Er heilt erst mal... Und da war ein Abhang. Wiii, da fällst du. Ach, wir sind runter. Wollen wir runter? Wir müssen. So. Äh, Schlitten auspacken. Stimmt, Schlitten, die geht falsch an. Genau. Ich finde, das ist immer noch gruselig, dass man hüpfen muss, um den zu aktivieren. Ne? Oh, nein, 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 nein! Nein! Der Taster, der Taster, der Taster, der Taster, der Taster, der Taster, der Taster! Ah! Ähm. Ich glaube, wir müssen eben auf sie warten. War eben? Ein bisschen abgetrieben. Der Taster hat aber nicht funktioniert. Wie kommt man dann vom Spielfeld eh wieder? Mit rechter Maustaste, glaube ich, hat es funktioniert. Ich darf nicht an die Schräge runterspringen. Aber Alex noch? Ich habe die Schräge nicht gesehen. Kommen wir hier weiter? Kann es auch. Ja. Ja. Ja, wir müssen sowieso. Na! Hura! Come on! Na, ja! Da habe ich mich festgegeben, na, bald an der Wand. Jetzt müsste mir kalt sein. War richtig. Was ist das? Warum ist der Berg da so grün? Muss? War so ganz komisch. Lechte Textur. Weird. Ich schiebst auch schlechte Textur. Ah, gut. Stimmt. Deine Autolaufentaste, die fehlt mir. Nump. Lulululul. Ah! I did a... I did a... I did a stupid... What did you do? I... You did something. I did something that wasn't smart. No, no. No, no. Müsste ich eigentlich noch ein Hashtag weird runterschreiben? Vielleicht. Gute Vibes, weißt du, so. Whee! Ich sag gerade, guck mal, da ist eine Wolke, da brennt es abhanden und das bin ich selber. Ich und mein Stock, der brennt. Oh, schön, dass die Fackel für immer hält. Das ist sehr freundlich. Nicht so wie im ersten Teil. Aber da konnte man... Uh, hoch. Hallo. Reifen? Hoch. Können wir nicht einsammeln? Aber hier waren wir noch nicht. Oh, oh. Was? Nein. Stein. Liegt da was bei dem Kasten? Nee, ne? Mm-mm. Nö. Enttäuschend. Oder, wie wir gerne sagen, belastend. Das belastet mich. Hier sind nur schon wieder Korallen. Korallen. Es wird auch schon wieder dunkel, ne? Oh, 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 oh. Freunde. Oh, guck mal. Eine Versammlung für alten, ekligen Männer. Dann müssen wir doch mal die... Unpraktisch. Genau. Das ist einer von denen, die treten. Wieso kann ich dich vom Rücken nicht schlagen, du Sau? Oh. Der ist gut. Der hat irgendwas zum Essen? Oh, ein Arm. Nevermind. Entschuldigung. Alles gut. Ich muss mehr in den Weg gelaufen. Wir sind alle tot. Okay. Okay, weiter geht's. Okay. Da, 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 da. Hu, hu. Hu, hu, hu. Ja, ja. Ja. Hm. Ich hab mir vorhin gerade meine Flasche umgeschmissen. Entschuldigung. Du hast deine Flasche umgeschmissen. Yes. Meine abgeschwollen Flasche. Oh nein, ich hoffe nicht, äh, auf den Kopf. Nein, sie war leer. Deswegen ist sie mir umgefallen, weil sie leer ist. Ah, ja, 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 ist nicht immer so bei Flaschen. Nein, in diesem Fall war es, weil sie leer war. Ah, aber Glück, Glück gehabt. Glück gehabt. Ach, alles gut. Ah. Ah, Apfelsaft kriegt man so schwer aus Tastaturen raus. Hier sind nochmal Reifen. Ja. Oder Sauerstoffflasche oder, äh, also Gasflasche. Ich find's schön, dass man auch, äh, dass man auch, äh, Gas, 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 Gasflasche. Gasflasche. Gas. Gas. Mäh. 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 Oh, hier ist ein Fluss, ne? Sollte man das ausprobieren? Ich überlege ernsthaft, ob das Blinky... Das konnten wir noch nicht machen. Tatsächlich, die Stelle ist... Oder ob das... Wir dann nur... Ist doch egal. Ich glaube, das ist das, wo wir nicht weiter konnten, weil wir nicht die, äh, Kader hatten. Das sieht nämlich nach, äh, Golfplatz aus. Aber das war nicht am Golfplatz. Das war ja, wo die Fischerboote waren. Ja, keine Ahnung. Aber der Punkt. Ja, ja, aber wir, wir kommen da halt nicht weiter. Oh. Hier waren wir schon mal. Wolltest du das jetzt mit dem Topf ausprobieren oder nicht? Ach ja, stimmt. Topf. Wollen wir nicht. Nur, ich dachte, dass da in der Nähe auch die... Die Plattformen gewesen wären, aber irgendwie... Hm. 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 Die Heli-Plattform. Ich weiß auch nicht mehr, wo die Heli-Plattformen waren. Nee, die sind noch weiter Richtung... Also müssen wir noch weiter um die Insel rum. Ja. Hier ist auch wieder der Arsch drohen. Und Batterien waren hier dran. Batteries. Batteries. Stoff. Batteries. Munition. Und Innereien. Innereitöpfe. Schön, neben dir sind zwei Töpfe von... Und Stoff. Stoff. Denn ich hab Stoff. Da ist jemand geboren worden. Einfach gesbohrt. Ich find's auch gut, dass die Zelte immer noch irgendeinen Abdruck hinterlassen. Pff. Huh. In Flammen. Da war ein... Immer noch das Glätt, was nach der Luft hängt. Ja. Nee. Ah! Dieser Koffer. Ich kann ihn nicht überwinden. Mir ist auch schon wieder kalt. Dann nimm da eine Fackel raus. Aber dann kann ich nichts zerstören. Mit meinem kleinen Feuerstängel kann ich nicht draufhauen und nix kaputt machen. Nicht mal Babys! Ah, wow. Ist das nicht du? Mhm. Aber wir sind an diesem Strand von... Wir sind ja mal von den Plattformen hierher gelaufen. Also wir sind von der anderen Seite. Aber das liegt daran, dass wir hier... Dass wir hier schon mal am Strand lang gelaufen sind. Aber wir sind nicht komplett am Strand lang gelaufen. Ja, aber wir kommen dann auf jeden Fall an den Plattformen vorbei. Guck, ich kann nicht mal diese Kiste kaputt machen. Ja, jetzt mit der Fackel geht das nicht. Ist doch lächerlich. Aua. Entschuldigung. Werde die verprügelt. Ruft die Peter. Ich hab nur was für dich aufgemacht. Du hast dich beschwert, dass du die nicht aufmachen kannst. Das kann ich auch nicht. Also hab ich sie für dich aufgemacht. Beschwär mich an der Peter. Ich bin eine Eule. Nicht so weit draußen hier durch die Bucht, weil da könnten Haie sein. Ich bin nicht im Wasser. Ich bin nicht im Wasser. Ich bin nicht im Wasser. Nein, aber ich wollte euch nur überwarten, weil das hatten wir halt schon mal. Wir schmecken halt alle köstlich. Aber wir sehen so aus von unten. Das ist es ja. Das ist ja das Problem. Die Plattformen sind da vorne. Ja, ja, ja. Was war denn eigentlich nochmal da an den Plattformen? Vielleicht auch irgendwas Tolles, ne? Nichts. Nichts außer Plattformen, nur Loot. Loot. Und ich glaub, irgendein Papier oder sowas? Ich glaube ja, aber ich bin mir auch nicht sicher. Was war das? Oder die E-Mail war woanders. Diese Tropfen, die du auf dem Screen hast, sind so realistisch, dass ich denk, ich hab fucking Tropfen auf meinem Bildschirm zwischendurch. Das können sie wenigstens. Das stimmt. Aber der, glaub ich, der zieht auch nicht so viele Ressourcen. Das ist ja einfach ne Animation. Das ist ja... Ich hab gerade tatsächlich das Bedürfnis halt auf meinem Bildschirm zu machen. Wo ist mein Bildschirm? Nein, der ist kaputt. Spuck ich so hart. Und hier waren die Golfcards. Genau. Also? Nein. Nur C4. Na toll. Na toll. Immer dieses C4, was man nicht so braucht. Und die Solarpanel. Zit, 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 zit. Ja, 5000 davon. Ähm, ich mein, man kann ja nur Lichter mitmachen. Eigentlich sind die sowas von... Ich find's bisher auch alles ein bisschen... Über. Nom, 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 energy bar. Ach ja, man muss auch irgendwie ganz viele Watches collecten und dann... Kriegt man auch ein Achievement. Okay. Ja. Ich nehm auf jeden Fall immer alles mit. Ja, ja. Und auch Geld. Geld, Geld. Immer mehr Geld. Batterien. Kann ich keine Batterien mit? Ich kann keine Batterien mehr aufnehmen. Warte, ich muss mal kurz Batterien austauschen. Where? Die sind voll. Äh, wo ist denn meine Kamera? Ich meine meine... Nee, genau. Meine, meine, meine Goggles waren nämlich... Und Bein. Ja, deswegen... Zack. Einmal die kombiniert. Wo ist die Goggel nochmal? Haha, jetzt kann ich... Über der Taschenlampe... Jetzt konnte ich... Da. Oh ja, die Batterie muss auch... Okay, muss ich die anequippen? Hä? Muss ich die wear'n dafür? Was? Die Goggels musst du einmal wear'n, dann werden die automatisch ausgetauscht. Und dann... Nee, bei mir nicht. What? Combine. Sind die voll? Also du musst halt gucken, wenn die... Sind nicht voll. Wenn du drüber havers hast, hast du heute eine blaue Leiste und die blaue Leiste voll. Die sind wirklich nicht voll. Die leer sind die leer. Sind nicht voll. Die wird auch oben... Sind nicht voll. ...angezeigt. Oder die werden nur ausgetauscht, wenn sie wirklich leer, leer, leer sind und nicht so leicht leer. Ja, genau. Die werden ausgetauscht, wenn sie leer, leer, leer sind. Dann, 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 dann ist alles okay. Hier liegt noch ein halbes Feuer von uns. Hab' ich noch Lampis? Nach, hier sind noch mehr Batterien. Egal. Na gut, ich kann. Äh. Jetzt ist offiziell bei mir alles voll, jetzt bringt's auch nichts mehr. Was konnte ich denn nochmal mit dir kombinieren? Ach ja, entweder oder. Äh. Was war... Ich fau mal eine Flashlight an meinen Crossbow. Ich glaub's also seine... ...fassend, wie du Flashlight aussprichst. Flashlight. Das ist das einzige, was ich mit Absicht immer sehr amerikanisch ausspreche. Meinst du Flashlight oder Flashlight? Meinst du Flashlight oder Flashlight? Was ist das Ding? Oder die Torch. Let's say Torch. Oder Flash. Flash oder Flash? Ist ja nicht das Meet, was ich meine. Ich meine jetzt die Flash. Flash. Meet Light. Flash. 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 Flashlight. Extra falsch. Ja, aber da kann man es auf jeden Fall verstehen, wenn ich Flash sage, oder? Flashlight. Ja. Warum sprichst du das denn so aus? Ja, weil ich weiß, was es anderes auch noch heißen kann. Let's go. Hast du eine Flas... Guck mal, hier eine Möwe, die aus dem Boden kommt. Diese Meere Möwe, die auf den Boden kommen, so wie die hier. Ich... So wie die hier, die du nicht schlagen kannst, denn du... Was? Du kannst... Was? How the... Sogar. How... How can you kill... Bitte, 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 das Dingy. Oh, da kommt jemand, der ist hinterher gekrabbelt. Ein großer. Großer Krabbelmann. Das sind zwei große Krabbelmänner. Äh, also sind das... Mutanten. Die Twins, wie heißen die noch? Nee, keine Twins. Oder? Achso, das sind die mit den komischen... Das sind die Spinnis. Drei. Wo ist meine Shotgun? Mit der Pumpgun... Freundlich... Pass auf, wie ist die 100, 100, 100. Entschuldigung. Entschuldigung. Sack. Ist der noch nicht tot? Ja, das ist die Ammo, die ich wollte. Was mit dem Freund da hinten? Ja, einen haben wir noch. Das war ich nicht. Ich hab ne... Wie soll ich dich denn hauen mit ner... Pistole, die ich nicht abgefeuert hab? Ich hab Schaden bekommen. Ich hab dich nicht angegriffen. Ich hab dich nicht angegriffen. Oh, da ist noch einer. Ja, aber lass uns den hier eben holen. Okay. Warte eben. Kannst du ganz keiner mehr aufnehmen, Matze, aber... Eins... Zwei... Drei... Ich hab den anderen noch im Auge. Beobacht ihn. Bist du müde? Ich? Ja. Ja. Da kommt er. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Komm her, Bitch. Hey. Hey. Mal an. Jo. Ich muss da ein bisschen Wut ausgelassen. So. Der hat noch diesen, ähm, äh, äh, Schwanzteil von der Wirbelsäule. Guck mal. Eins, zwei, drei. Ja, klar, wenn der auf allen Vieren läuft, in... Ja, äh, ich weiß nur grad nicht, wie das heißt. Wie heißt das Teil noch mal, dieses kleine Knubbelding? Schwanz, Schwanz, Schwanz. Danke. Ja, das ist so einfach, ne? Ich kann, dass ich auch keine Rüstung mehr aufnehmen. Was? Okay. Ich hab nur, äh, den Sound von Frian mit nachgemacht. Achso. Den haben wir schon, die anderen beiden da hinten noch nicht. Ah. Wenn beide noch da sind. Einer seh ich. Der andere... Auch. Liegt nicht mehr hier. Doch, doch. Doch, hier sind beide noch. Okay, wer kann noch halten? Du. Okay. Dann... Ich wollte für dich mit, da kann ja meiner auch noch aufsammeln. Die konnte ich grad nicht aufsammeln. Deswegen bin ich ja zurückgegangen. So, nein! Die schlägt ja immer... Du bist hierhin geflogen. ... einfach weg. Die ist grad zum Matze hingeflogen. Ja, aber die ist einfach, die liegt hier nicht. Okay, ich mach einfach, ne? Die ist unterm Schnee, du siehst die halt nicht. Ja. Das ist das gleiche wie mit Steinen im Schnee suchen. Deswegen haben wir kämpfen. Da, 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 da. Hä? Tja, die ist einfach weg. Die ist weg. Die ist wirklich weg. Aber ich leg's mal was an. Die Steine, die sind, die Storm ist, die spawnen auch. Die sind einfach, einfach weg. Der Schnee schmilzt Rüstung. Ganz eindeutig. So. Jetzt bin ich wieder voll, aber leer. Ich hab keine Rüstung mehr. Also im, im, im Winter. Seit Dank, Mann, gibt's ne Pumpkan. Ja, Pumpkan sind toll. Moin. Seit Dank, Mann, gibt's ne Pumpkan. Aber Vorsicht, Anke. Ja. Mir wird Land auf der Minimap angezeigt. Land! Bei A? Ja, bei A, ne, da. Hier? Ja, das ist, äh, so ne, so ne. Aber hier ist's? Sandbank vielleicht. Ja, gut. Weiß ich nicht. Hier sind auch Steine. Hier geht's doch erst runter. So, weiter geht's. Scheiß drauf. I'm coming back. I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine. Au, au, au. I'm walking on sunshine. Nein! Ich hab au, au, au für we, we gemacht. Also wie es halt richtig geht. Hab ich aber au, au, au gemacht. Au, au, au. Hä? Es hat nicht in den Öhrchen weh getan. Ich hab es nur gesagt. Was? Für, äh, äh, walking on sunshine. Wuuu. Da hab ich au, au gesungen. Das hat aber gar keinen Sinn ergeben. Nicht zusammengepasst. Ich weiß. And try to feel good. Au. Hi. Hallo, Ankelchen. Was geht? Willkommen, willkommen. Bei den... Bei PU. Dingen. Singen auf dem Sandstrand. Ich hoffe, du hattest einen wunderbar richtigen Tag und einen wunderbaren Tön. Was? Also bei mir, bei mir geht, äh, ist wie immer so. Und wir haben ja gerade Spaß und Forrest. Und davor hatten wir, haben wir viel gebastelt. Produktivcheck, Produktivitätcheck hab ich auch schon gestern gemacht. Oder wurde abgecheckt eigentlich eher gesagt von der Fla. Also nur Stress, Stress, Stress. Dann entspanne dich, lehne dich zurück und ergötze dich am Chaos. Wie kann man es sonst besser... Chaos. Ist doch das Beste, wie man das beschreiben kann, oder? Chaos. 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 Bipup? Bipup? Bipup, ich hab ein Bipup im Mittagrund gehört. Ich hab auch ein Bipup im Mittagrund gehört. Warte, wurde angerufen? Bipup. Ich sehe Häuser. Ich krieg WhatsApp noch hin. Dort oben sind Häuser. Sind die Fischlinge? Ja, ja, ja. Also sind wir schon fast rum. Wir haben nämlich gerade vor, um die Insel... Wir haben schon die erste... Halbe Insel. Wir haben die Hälfte schon hinter uns. Sagen wir es so, oder? Äh, ja. Die halbe Insel haben wir schon hinter uns. Ich weiß schon was. Aber ich glaub, für uns wurde ja gesagt, dass auf der anderen Seite der Insel gewesen wäre. Nein, es wurde gesagt, zwischen dem Punkt, wo wir waren, in den Bergen, und der Boje. Oh, okay. Die Frage ist, ob das, was wir gesehen haben, die Boje war. Okay. Das ist nach wie vor... Uh, viel Spaß mit Path of Titans. Ich hoffe, das macht... Das ist... Ich mein, ja? You know? Have fun. Äh, äh. Klar kann bestätigen, diese Woche ist mein Hirn irgendwie komisch. Diese Woche? Diese Woche? Diesen Tag? Dieses Jahr? Und ja, ich habe meine Medikamente gegen die... Für die ADHS genommen. Für oder gegen? Gegen, für... I don't know. Weil, äh, bin ich... Das Medikament, das ich bekommen habe, weil ich ADHS habe. Ist es für oder gegen die ADHS? We don't know. Das ist ganz schön viel Bluetooth. Ne, ist kein Bluetooth. Wenn wir die Kayaks nutzen können. Ja! Wee! Wenn das so wäre wie mit den, mit den Glidern. Ja. Aber dafür haben wir ja die, ähm... Flossen wahrscheinlich bekommen, ne? Oder wenn man ein Boot bauen könnte, so wie halt im Ersten. Oh, das wäre so cool! Kann man? Hm. Könnte man? Vielleicht kommt das noch. Ich mein, auf Wasser kann man nicht bauen. Also irgendwie nein, ne? Irgendwie. Das war ja ein Blueprint, den du machen wolltest. Ja, ich mein, wenn man das selber bauen könnte, ist ja auch cool. Ich überlege, ob ich jetzt die Schwimmflossen anziehe und schwimme, weil ich glaube, das ist schneller. Hi, Vivi. Ja, da kommt... Sie ist auf einmal aufgesaucht? Ja, sie rennt. Ich bin nur auf einmal auf der Garte gesehen. Und die Waffe schwebt halt neben ihr. So, gut. Ich habe getrunken. Bye, bye. Dankeschön. Bis trinken. Trägt doch auch einen mit. Ich darf gerade nicht. Würde ich. Wasser. Ach so. Mein Bierchen und mein Weinchen ist neben mir. Ich darf aber nicht. Aber ich liebe Eugl mit dir. Normalerweise würde ich ja, aber vier Tage nach dem Tortug. Darfst du nicht. Wäre klug zumindest. Wäre schlecht für den Heilungsbruch. Na, 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 na. Ah, die Orca sind back. Es sind mehrere. Eine Schule. Schule. Springt nochmal. Come on. Jump. But not to me. Es sind drei Stück, oder sind es vier? Huh, da ist gerade einer gespawnt. Da ist gerade einer gespawnt vor mir. Du kannst hier schwimmen. Hier ist voll. Ich finde es so lustig, dass Kevin uns hinterher gelaufen ist. Und jetzt ist er wieder so weit zurück. Er ist halt nicht so schnell wie die Vivi. Er ist halt nicht da geblieben, wo er sein sollte. Das weiß ich auch nicht. Aber er hat ja auch mit einem Update rausgekommen. Vielleicht noch das Update. Ja. Müsst du mal nach Hause gehen und... Du läufst am Strand Steine da. Du gehst zu weit in die Schneesteine weg. Du darfst keinen Stein haben. Schnee negiert Stein. Ähm, was ist das für ein Licht? Lol. Die Sonne aus dem Stein. Das ist ein Solar Flare, aber es ist halt... Ja, es ist ein Grafik-Bug. Wunderschön. Da ist die heilige Reliquie drin in der Höhle. Aber da kommen wir noch nicht rein. Da ist noch ein heilige Reliquie. Und Vivi backt gerade... Oh, okay, dann noch mehr. Und dann jumpt sie halt zu Fla. So, no, Fla! Das ist jetzt ein J.J. Abrams-Movie. Fla, du bist halt sauweit weg, ne? Ich weiß. Ich werde dich angepuppert von einem kleinen Hund. Was puperst du hier? Hm? Kleiner Pupshand. Oh, ja, Grauen ist geil. Gut. Mats überholt mich. Ah! Lens-Flares everywhere. Everywhere you go, there is a Lens-Flair to see. Hat noch jemand eine Plane? Ja. Ja. Gut. Ich baue ja nie welche, also habe ich immer mich dabei. Ja, ich muss mal wieder aufstocken. Wie! Bolsonaro. Die legen sich dann in den Schnee. Ja. Very gemütlich. Es ist auch immer schön, dass dann automatisch der Schnee auf der Plane liegt. Hm. Schneid ja also. Dann baut gleich mal eine hier hin. Warte erst mal ab. Ich mache ihr eine pinke Pause. Du bist gleich wieder da. Renn! Sonst kommen die Orcas und holen dich. Da kniet sie. Tapi, 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 Tapi. Warum da? Jetzt lang. Hup. Ja, das Wasser-Ding muss ich gleich nach dem Stream nachfüllen. Ja, ja. Also den Hunde nachfüllen. Ja. Oh, guck mal, nee, ich dachte, das wäre Kevin. Ihr Geocacher Point hat halt in dem Tropfen... Oh, danke schön. Ähm. Also in dem Wassertropfen auf dem Bildschirm hat der Geocacher glitzert. Da dachte ich so, guck mal, Kevin ist auch da. Nö. Wärmen wir uns eigentlich auch auf, wenn wir bei Fla stehen mit der Fackel, oder? Nö. Zählt das nicht für uns? Nö. Wird nicht. Tja. I'm back, bitches. Mhm. Rap, tap, tap. Rap, tap, tap, tap. Schlaf, 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 schlaf. Äh, okay. Warum? Was denn? Mein Game hat den Schlaf nicht richtig angezeigt, aber ist okay. Game safe. Erstmal was trinken. Was ist die? Erstmal ne Cola. Erstmal Energy drink. Und dann in den, äh, auf den Strand schmeißen. So muss das sein. Richtig. Nochmal speichern. Nur zur Sicherheit. Ja, weil ich gegessen hab. Und da rennt schon Fla vor. Fla, warte doch mal auf uns. Muss doch. Ja. Hände doch nicht immer rein. Ich gehe ja schon nur. Du bist der Horst. Du bist echt schneller als wir. Glaube ich. Hört ihr mir gut vor. Ja, weil ich Horst bin. Ich find's auch lustig, dass wir schneller den Winter angezeigt bekommen als du. Ja, das ist allerdings lustig. Das ist weird. Wow, meine Energy, äh, also meine Rennanzeige ist mal fast ganz voll. Immer mal geil. Und die Stärke wird auch immer voller, was ich auch gut finde. Naja, das ist ja ein Level. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, wie das in meinem Raum das irgendwas beeinflusst. Ach, das ist ein Level. Glubschi. Das war natürlich nicht reloadet, warte. Wohin? Tot. Hier, tot. Warte, erst reloaden. Alles reloaden. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt eh nichts mehr aufnehmen, ne? Das ist das, das ist das, die ich gezählt habe. Ihr könnt ja eh nicht mehr aufnehmen, richtig? Nö. Und die verschwindet, wenn ich, äh, wenn ihr die, ja, schade. Da war die Höhlen besser, wo die einfach auf den Boden gefallen sind. Wien. Wo ist es? Oh, oh, da. Diesmal kann ich es aufnehmen. Lustig. Vielleicht, weil die ein bisschen höher auf einem Stein gelandet ist. Kann sein. Fry schreit. Was ist los, Fry? Wie kann man dir helfen? Wie kann man dir helfen? Mäu. Mäu. Genau. Bonk. Wer kriegt den Bonk ab? Flah oder la? Können wir da nicht einfach rüberschwimmen? Ja, und da sind Haie. Wir sind doch sauschnell mit den Flossen. Nicht? Nur das Anziehen ist da so eine Sache. Das dauert immer. Ich schwimme da jetzt rüber, ja? Ja, ich komme mit. Wenn ich die Flossen finde. Den Tweet-Anzug habe ich, glaube ich, Kevin gegeben. Deswegen hatte ich meinen nicht mehr. Ah, besser geht's nicht. Aber ich mag den James Bond, Kevin auch irgendwie. Sind wir mit dem weißen Anzug. Nur im Winter ist es halt scheiße. Dann sieht man ihn nicht. Wenn wir im Winter nicht bei ihm sind, ist es auch nicht so schlimm. Oh, ich bin im Dorf bei den Freunden auch angekommen. Ist jetzt mein Fleisch wieder rotten? Ja. Wie schön er mit dem Fuß einfach macht. Ist das so? In alles reintritt. Perfect. Ah, lol. Das sind Mutanten, die einen Kannibaren gegriffen haben. Aha. Beste. Always nice to see you. Ach, das ist gar kein Schleim. Das ist Wasser. Also soll Eis darstellen. Nein. War das doch Schleim? Nein, das war Schleim. Das andere Mal war es nicht Winter. Ja. Okay. Haben ja recht anscheinend. Aber ist voll eklig. Warum schleimen dir es zu? Weil es Mutanten sind. Zerstören! Warum markieren Hunde? Meins. Äh. Ja. Warum sind die komischen Viechern? Nicht unbedingt meins, sondern hallo. Mein Name ist... Hier, Hundenname. Wie geht es dir? Bist du läufig? Melde dich doch zurück. Dating ab für Hunde. Theoretisch. Wenn Juna läufig ist und immer näher an das Ende von der Läufigkeit kommt, wo die halt diese Stehtage sind, ne? Dann geht die ein... Äh. Wohin. Das macht der auch im Moment so, ne? Ein Pipi ran und macht... Äh. Schmatzt das. Dann schmatzt die das auf. Ja. Ja. Damit die die Informationen rausriechen. Dann... Wie ein Connoisseur. Weißt du, warum... Von... Das ist richtig eklig. Richtig abartig. Ja. Und im Moment macht sie es auch, aber sie ist nicht läufig. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Nein. Ist auch unläufig. Ja, wahrscheinlich. Ein rauer, rattiger Hund hier ist. Wenn man sie krault, ja. Oh, auch so. Auf, dann. Very important stuff. Not. Ich bring gar nichts. Das bitte. Vielleicht kann man eine gute Suppe daraus machen, wenn man mal weiß, wie man das blöde Ding... Achso, hast du Freunde gefunden. Oder die Traben. Achso. Nehme ich gerne mit. Sehr viel. Mein Rahmen ist leer. Hätte gerne ein Bild. Ja, 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 ja. Warte. 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 Mal sie. Komm. Komm und genieße dieses Wetter. Die liegt aber an einer so beschissen versteckten Stelle. Was ist das denn für eine Stelle? Ein Buttermesser. Oh, oh, guck mal, was hier ist. Ein kleines Zelt mit Duct Tape. Duct Tape. Oh, hier sitzt jemand. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, ein Topf. Wir brauchen eine Anleitung für den Topf. Schreibt doch eine. Also, gibt doch eine mit dabei. Rahmen, Zock Tape. Socket Board. Und die Lampen, die kein Schwein braucht. Very, very, very enttäuscht. Ähm, der Typ hat ein Shotgun-Ding. Ich kann nicht an ihn ran. Also, hat er? Wo? Also, hatte er? Vielleicht hast du es auch eingesammelt, wenn du 5000 Sachen letztendlich eingesammelt hast. Oder ich habe es halt noch rumliegen. Ich konnte es doch nicht einsammeln. Ja, ich habe hier noch ein Shotgun-Rail drin, deswegen geht das nicht. Achso. Wahrscheinlich vermute ich das mal. Den Revolver konnte man nicht kombinieren. Das kann man auch nicht kombinieren. Das kann man auch nicht kombinieren. Batterien. Was? Ich sagte, da sind Batterien. Freunde. Oh, warte, was ist das? Freunde? Ist was? Oh, da. Ist das? Du hast recht. Abwarten. Ich sagte doch, Batterien. Ja, ja, ja. Ja, guck mal, die stellen sich sogar an. Sehe, das ist ja kaum explodiert. Alles klar. Wenn du verhäst, hast du dich zu dir in die Köpfe. Ja. Das habe ich schon sehr schön oft sehen dürfen. Das fand ich gut. Das sind wir noch nicht. Mann, ey. Der macht Sport. Äh. Kann ich jetzt eigentlich nicht eröffnen, oder kann ich den immer noch nicht eröffnen? Ich muss da gleich noch einen Shortcut für machen. Ja, definitiv. Aber erst mal ein bisschen mehr Ruhe. Also wenn wir mehr Ruhe haben, meinst du damit. Oh ja, immer, immer diese Fackel, wenn man läuft, sonst näher. Können wir nicht, wir haben doch einen kuscheligen Anzug, warum geht das nicht? Reicht nicht. Dann sind wieder tote Orcas. Sind wir in, wo war das nochmal, wo die Wahlschlachtung beginnt? Hier liegt ein einzelner Schuh. Da ist dann noch ein Fußdruck. Am I den ersten? No. I have too much Ruhe. You also. No. I have all the Ruhe. All the Ruhe we have. All the Ruhe. All the Ruhe you see. Every Ruhe. Every knife you see. Every cannibal. Every mutant fall. Will be killing them. Ja. Au. Yeah. I don't care. How bloody my ex is. I will just kill all of you. Haha, abgekürzt. Ich habe abgekürzt. Können wir mal gut filmen. Oh, 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 wir haben ein Haus. Nee, wir haben eine Höhle. Wir haben eine Höhle. Ja, in der waren wir auch schon. Und dann haben wir schon. In der wir den, ähm, den ganzen Kram gefunden haben, den, ähm, in der haben wir die Tauchausrüstung gefunden und wir kommen. Und wir waren da schon wieder drin, ne? Wir waren nach dem Update schon wieder drin, richtig? Nein. Also müssten wir nochmal rein. Ja. Okay. Bäh. Jetzt habe ich mich mal von den Scheißviechern erschrocken, ne? Das erste Mal im Scheißspiel. Aber die Frage, ob wir das jetzt machen wollen oder ob wir das gleich machen wollen, weil wir haben nicht mehr viel Strand vor uns, bis wir einmal rum sind. Ich würde sagen, wir machen das gleich. Müssen wir uns, wer kann sich das gut merken? Jemand, der, n-n-dank. Ah ja, da sind die Freunde, da ist unser Bett. Einmal speichern gehen? Nö. Also ich nicht. Ich kann mal wieder Kisten öffnen. Ich gehe zwar lang, aber... Ich kann mal wieder Kisten öffnen. Ich will all take the, 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 the Muni. Batterien sind hier auch wieder drin. Batterien. Bakterien. Das war's not open. Boop, pip. Au. Warum? Warum schmeißt du mich mit Steinen ab? Weil ich einen kleinen Stein gefunden habe. Ja, und warum schmeißt du die auf mich? Au, hier sind unsere Anfängsdingsteels. Guck mal. Was ist da? Das allererste, was wir gebaut haben. Wo ist eigentlich das zweite, was wir gebaut haben? Kaputt. Ja, komplett. Wahrscheinlich. Und die sind ja auch noch hier. Guck, da. Die ersten Anfänge. Der Bau. Ah, jetzt haben wir Gesangsmodus. Seit... In dieser Minute wurde Gesangsmodus aktiviert. Eigentlich modiert. Nein, Ida. Ida. Dadida. Dadida. Wir haben zu singen, bis... Fünf... Und 50. Und mich nervt der Wasserdruck von meinen Hunden, weil er... Langsam leer ist oder die Pumpe sagt, mir ist das zu wenig Wasser. hatte ich aber 200 ring einfach mehr als einer aber sie werden nicht verlusten die ging ja eh noch trinken gleich nach dem stream und auch zu stehen dafür und die schlafen gerade beide da muss man nicht trinken bald haben wir den strand geschafft das ist das rote da hier ist was gutes da da sind aber mir auch nicht glaube mir la lila augen drehen sich buddeln buddeln wo ist meine schaufel und wenn wir ein schaufelchen meine uhr macht einen und okay die sind seltsam angeordnet kleine vorwarnung mein internet gut deutsche dinge was weiß ich nicht reagiere oder spät dann ist mein internet an schuld die da ich weiß nicht warum ich so singe weil du theoretisch denken gesagt theoretisch muss ich singen sing für mich sing für sing und ich lau dir deine stimme ariel das hübsche zerstören kann ich gut nein das tue ich nicht schatten nur schatten war unser erstes lager nicht an einer bucht gelegen wo wir dann einen schönen ausblick hatten auf die bucht zum meer hinein war es nicht hier bei wem war denn gerade der goat schrei bei mir der wurde von frei gespielt da ist es doch ich wollte gerade sagen du suchst unser erstes aus unser erstes haus ist noch nicht kaputt das ist doch schön mein charakter ist ohne püschte konnten wir nicht bei uns au buddeln binocular echte binocular oder nicht also die wir mitnehmen könnten einsammelt einsammelt binocular aber wieso haben wir die denn wahrscheinlich nach einem patch gekriegt die sind wahrscheinlich nicht eingebaut nun können wir auch die orcas beobachten mit einem binocular binocular und diese kleinen dinger sind auch neu aber hier sind auch keine bäume nachgewachsen obwohl wir hier gerodet hatten ich sag mal hallo hier ist ein bett in dem wir schlafen könnten es ist aber mitten am tag und hier ist unser stinkender freund den wir immer hatten dabei gerne flach wie gerne flach gerne flach hier sind bei hier im lager nicht hier vorne ist ein bei wie ist der winter denn hier gibt es wasser oder nicht nein es gibt kein wasser für uns unsere erste hütte ist sie nicht wunderschön da konnten wir doch nicht die Tore bauen wenn du die ganze zeit in dem selben ton singen doch ist es das nennt sich monotones singen ach so ja bin ein roboter das ist das nennt sich du hast recht matze wenn du im schnee wir ob die boi das wasser boot ist das wasser zelt wahrscheinlich rei der text to speak kam nicht durch text to speak kam nicht durch text to speak kam nicht durch weil es wahrscheinlich noch geapproved werden muss das sieht so lustig aus ey was denn was denn singen fertig singen singen fertig vor allem wenn du mit dem ding springst ich hab jetzt keine boi gesehen oder was man als boi beklarieren würde dann wäre es schon das was wir da gesehen haben die boi das boot ich krieg voll den handkram vom rennen ach 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 ne wäscheklammer auf deine stifftaste ich verstehe echt nicht warum dieses text gespielt alles doppelt ist ne aber die anderen die anderen soundalert sind einfach sehr strange ja very very weird very weird very wow piu 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 das ist saualt hm lass mich auf meine alten memes ich bin alt aber doch noch nicht so alt doch ich bin älter als das blieb hm aber weh doch auch pfff ich bin gar nicht so alt i was part of the internet before it was cool damals der reibt uns hier wieder unter die nase wie jung er doch ist ja hui huak hui warte auf mich huak ich bin erst 21 oder so warte ist ein sehr sehr junger bursche warte darf in amerika alkohol trinken aha wak deswegen bin ich immer mindestens 21 wak wak sind wir bald da wak 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 39 wak 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 du sie ach das sind blumen ja ich habe blumen auf dem strand plötzlich aufploppen sehen unterm schnee das war als ob da so ganz viele kleine steinchen aufgetauscht werden das ist echt erst eine minute krass ich hätte gewundert warum aber jetzt ja von hier aus kann man das ding schon sehen also dann müssen wir mal schauen alle höhlen müssen wir dann durch ihn problem ist müssen wir ja wir wollten ja in dieser eine hülle die wir gerade noch gefunden hatten kann man dann auch bergauf fahren damit das ding hat auch hey hast du mir dazu gewunken selbst schuld was gewunken kann die bade dazu gewunken es war aber ein freundlicher kann die bale ja wir haben die insel umrunde wackel ruckel doch menschen pin ja das du hast ein bike wochen ja nix warst du das bike also einmal nach hause jetzt weil wir immer umrundet haben ja und von da aus dann zur höhle wo wir die tochter und rüstung bekommen habe ich mal das quack hat irgendwie was von diesem anime charakteren die immer am ende eines satzes ein bestimmtes wort sagen müssen das alles sehr süß das kann ich besser besser komm ich wacke 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 ja denkst du mich mal wacke 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 ja okay wozu in dreoutar wacke oute ein bisschen mehr was von, äh, Osistos-Störung. Ah! Stark. Quack. Nii-san, ちょっと待ってください. Volliglich. Ich freue mich, die trinken. Nii-san. Nii-san. Nein, ich kann es gar nicht mehr. Ich kann es gerade nicht süß sein. Ich kann es gerade nicht super süß sein. Nii-san, ちょっと待ってください. Quack. Du musst nicht quack nach meiner Seite sagen. Doch. Aber die fände ich lustig, wenn das quacken bei dem Nii-san wäre. Bei dem Nii-san. Just待ってください. Quack. Quack. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, ich trinke immer Bier. Quack. Wusch. Quack. Du kannst auf dem See aber mal damit fahren. Ja, mach das mal. Quack. Es wäre lustig, wenn es, äh, Glättephysik gäbe. Hui. Dann fliegt der Matze über die Karte. Quack. 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 Musst du das jetzt machen, oder? Also das, äh, das Quack, ja, jetzt nicht mehr, aber Frey schreibt es gerade da rein, in den Text. Aha. Du musst Frey schlagen. Dieser Weep-Kram, mit dem kann ich nichts anfangen, ey. Du meinst, dass Menschen darauf stehen? Oh, ne, geil. Oh, Nisa. Was hinterfrage ich, aber... Ah. Ja, vier getrocknete Fische. Hm, lecker. We're at home. Hello? Where's Kevin? Kevin? Ah, ich hab keine Stöcker mehr. Kevin. Aua, Mama. Er hat sich da wehgetan. Niemand? Dreimal darfst du warten. Gar nicht. Es gibt eigentlich nur eine Person, die sich hier regelmäßig wehtut. Ja, da, 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 Stöckchen. So, mach doch jetzt mal eben Wasser in den Brunnen. Wir sind zu Hause, wir sind in Sicherheit. Ich wollte noch reinkommen, damit ich nicht kalt bin. Ja, dann mach das. Setz mich noch hin. Mit meinem Papa zum Feuer. Ich bin sofort... Ente! Ich mach mal kurz Wasser. Ihr unterhaltet, ich könnte mich aber hinführen. Warte, sie wollte sich doch dahin ziehen. Okay. Rotten Meat. Rotten Meat. Rotten Fish. Rotten Fish. Wundervoll. Was zum Teufel baust du da? Ähm. Schlitten. Mit... Totenköpfen. Ich mein, ja, das Ding muss ja auch fancy aussehen. Okay, ich stecke mir. Dafür haben wir ja das Decoder. Können ja Kevin gleich wieder losschicken. Ach, so viel besser. So viel besser, ne, Stinker? Ja. Ja, so viel besser. Äh. Uah. So. Ich habe Wasser gemacht. Wie stehe ich nochmal auf? Einfach auf. Okay. Warum liegt dein... Snack unterm Tisch? Lol. Ja, ist ja geil. Ähm... Euer Fisch ist fertig, ne? Äh. 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 Klappt ja super. Was denn? Ja, im Moment, ich schmeiße eben Schnubbelessen, na, rotendes. Na, so geht ja. Haben die Freunde? Hallo. Hallo. Ach so. Was sind da jetzt drauf? Hm. Mit dem kommen wir nicht raus, das wisst ihr, oder? Hä? Warum? Weil der Haustier ist ein... Da glitscht man sich ein bisschen dann vorbei und dann passt das schon. Außerdem ziehst du den einfach hier oben rüber. Fertig aus. Und wie kommst du rein? Gar nicht. Du musst... Es geht ja nur darum, dass wir ihn hin und her bringen können. Boah, sind das viele. Das ist ganz schön was drauf, ey. Das sind mehr auf jeden Fall als zum vorherigen. Vorherigen. Vorhören. Warte, ich kann ja mal... Mal kurz gucken. Was sind denn alles meine kleinen, supersüßen... Oh, geil. Das ist cool. Ähm. Der nimmt hier auch automatisch auf. Hm. Also wie so ein Lockholder hier. Kann ich dich noch kombinieren? Also kann man die einfach auch wieder schmeißen. Perfekt. Mach mal beide Türen auf, bitte. Sind doch schon offen. Ähm. Ähm. Es könnten potenziell dieselben Probleme auftauchen, wie im Spiel davor. Ja. Ich hab auch das Gefühl. Na, passt du durch? Hahaha. Vor allem ist die Steuerung invertiert. Das kotzt mich viel mehr an. Wird angeschoben. Kannst du mal aus dem Weg gehen? Hm? Ich will nur das Schauspiel angucken. Machst du eine extra Tür? Nö. Mach das, was ich gesagt habe, was ich gesagt habe. Kevin! Da bist du ja Herr Tüeträger. Ist dir nicht kalt? Was denn? Jetzt hast du ihn kaputt gemacht. FBI, hopp it up! Ich hab... Er ist kaputt gemacht. Nein. Nein? Ich bin kaputt. Du bist kaputt. Nein. Er kann keine Fische mehr holen. Danke. Haben sie gepatcht, dass er Fische holen kann, wenn's Winter ist? Weiß ich nicht. Das wär's ja... Also, das wär ja... Hahaha. Logik in diesem Spiel? Ähm. Im Fluss sind die... Ähm. Sollen wir den mit des Mantel und draußen nochmal bauen? Oder möchtest du's auch nochmal probieren? Das Ding hat Licht, deswegen! Es ist tatsächlich ein bisschen wie bei Hellrider. Hahaha. Deswegen die Schäde. Soll ja auch Angst machen, das Teil. Ja. Außen. Matz hat's geschafft? Mhm. Matz hat's geschafft. Kommst du rein, Matze? Oder schufst du dir dann weh? Pff. Wohl nö. Die Barrikade mal entfernt. Ah, cool. Hast du gerade echt von uns Bären geholt, du Heinz? Echt jetzt? Von uns? So blöd? Matze, nimm ihn mal mit zum... Mit dem Schlepp. Oder wir gehen einfach schlafen. Er soll Sticks holen. Sticks holen? Was ist denn jetzt die Bären hier einfach? Ja. Ey, das macht das so. Hab ich nicht verstanden. Jetzt Sticks holen. Penner. Penner. Hey, Justin, gentlemen. Wie wärs mal, wenn wir schlafen gehen? Phil Holder. Warte, ich geb ihm noch die Aufgaben mit den Sticks. Ne, komm. Hat er gelesen? Okay. Hallo? I wanna sleep here. Ich glaub, ich hab zwischendurch mein Zeug ins Feuer geschmissen und hab vergessen, das wieder raus. Nein, hast du nicht. Das hab ich eingesammelt. Wunderbar. Aber ich hatte vergessen, das wieder rauszulegen. Ja, das hab ich halt wieder... Dann hab ich Rottenflash draufgetan. Deswegen... Das hast du jetzt wahrscheinlich... Ich... Nee, ist nix mehr da. Okay, dann hab ich das vergessen. Nicht du. War auch nur zwei anstatt... Nee, es waren fünf. Wir machen draußen unsere scheiß Holder. War... Erstmal was essen. Scheiße. So, jetzt hab ich... Die sind eingefroren, ne? Die, ähm... Schildkröten-Dinger? Ja. Das Ding unter unserem Dach sammelt übrigens Wasser, aber es ist eingefroren. Oh. Also, wenn wir das jetzt einpacken, also wenn... Wenn das... Nee, ne? Oh, Spiel. Aua. Ich wollte es mit Feuer schauen. Das ist das Spiel. Aua. Oh, ihr habt das nicht... Nicht die... ...den... ...kontaten ausgewählt. Deswegen immer von... ...von einer zur anderen Seite nicht in der... ...nicht irgendwie in der Mitte Plätze freilassen, wenn ihr... Ich habe das nämlich auch gerade falsch gemacht. Mit dem Fleischmannchen. Du kriegst das nur hin, welches aufzuhängen, wenn Außenplätze frei sind. Das ist ganz wild, ey. Das ist weird. Früher ging das einfach so. Früher, da war alles besser. Kann ich dir auch dein Boost trinken, bitte? Das ist das Falsche. Ich habe so viel Energydrinks gestrunken, dass meine komplette Schlafleiste einfach pink ist. Ja, meine auch. Hier ist kalt. Hier ist warm. Ist ja klar. So, also. Wenn wir auf die Karte schauen. Ja. Zwischen der Stelle, wo wir waren, und der Stelle, wo die Boje ist, sind, wenn man sagt, in die grobe Richtung, zwei Höhen. Die sind wir beide abgegangen. Äh, dementsprechend ist das eher unwahrscheinlich. Wir könnten halt wirklich die, schauen, die Höhle am Hubschrauberabsturzplatz. Oder die, wo wir gerade waren, wo wir hinwollten. Das ist die Höhle am Hubschrauberabsturzplatz. Okay. Danke, Vivi. Was? Ich will da, 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 zu folgen. Ja, sie will uns wieder zum anderen Hubschrauber bringen. Hat jemand... Hm... Ich will da noch ein Hubschrauber... Wo waren die Hubschrauber? Ich habe es wieder vergessen. Hier, okay. Im Haus. Im Haus. In meinem Haus. In meinem Haus. In meinem Haus. Oh, dass ich auf der Karte markiert bin. Oh. Das gelbe, ne? Ja. Nice. R. Berette dich vor. Nimm alles mit, was du nütnehmen musst. Äh, warte. Also, ich habe Essen. Wir haben... Äh. Warum? Was? What? Ja, ich habe sie verletzt. die waren vorher auf dem zahn drauf die sind nicht kaputt gegangen ich müsste ich müsste nur irgendwann das wasser auffüllen am ding ist irgendwann mal an einem fluss wenn wir an einem vorbeikommen also alles gut genau weil wir in deinen hunden nein das habe ich es ist so schön ruhig und der ist nicht nutzbar interessant die leiste von einer energie friert sogar ein wenn du keine wenn du die fackel fackel nicht an dir dran hast dann wird das ganz hell hellbläulich wenn du die fackel dann nimmst und haut es auf und dann fühlt es sich auch wieder erst wegen ich hatte gerade volle energie und dann war die eingefroren hatte ich nicht volle energie jetzt soll auch noch ein dead by daylight film kommen was gefroren ist das kannst du mich als auch so genau dass das man sich mit dem auftauen mit wenn du den und das soll ein dead by daylight film kann was waren nach und das soll ein dead by daylight eventuell wird gemunkelt in sein spiel darüber gibt es single player so ein story game geben werden soll so eventuell aber ich finde ich dead by day ist jetzt nicht so geil wir haben ja schon die stories umfasst und charaktere haben so muss man ja nicht mehr viele erfinden nur basteln klar in deine richtung kommen menschen nicht alle aber ihre original charaktere davon gibt es ja schon filmen und stories ja ja michael meyer zum beispiel und so weiter oder einem street getroffen irgendwie drei sekunden später von irgendwann wieder schon alles tot der mann lag aber auf dem boden und noch ein zweites koop spiel sollten nicht zu viel auf einmal machen endlich das tun was die ganze zeit tun wollte machetti 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 ich habe meine machete auf den rucksack gepackt ich habe kein todkart für einfach nur die benutze kaum aus so nicht relativ viel also doch nicht verstanden aber dafür macht sich schaden sehr viel relativ die macht fast genauso viel schaden wie das kleine allzweckmesser das können wir nutzen ja das braucht deutlich weniger auszauern ich habe das nicht benutzt aber die macht wahrscheinlich umgebung nicht so gut kaputt weiß ich gar nicht jetzt kann ich blocken kannst blocken kann blocken ja wir haben es beide erstmal sofort getestet oder nein ja niemals geh du mal in die höhle wir kommen gleich hinterher der da noch nicht ganz aber du kannst schon mal ruckeln das story game wird von den machern von the dark pictures anterlogie gemacht vielleicht sollte man das wirklich in den augen behalten ja die machen gute arbeit aber das kostet den dead by daylight typen doch auch richtig viel geld sie müssen trotzdem aufpassen immer eins nach dem anderen nicht alles auf einmal nachher hast du da keine ahnung verluste die du nicht einholen kannst das wäre scheiße ja meine location also hier ist der laptop für den entertainment banker ah cool guck aber was neues das ist halt nach wie vor gar nicht also ja klar das sind die ganzen blinkies die wir vorher hatten ja die wir auch schon alle abgelaufen sind wir müssen das degraden und dann an jeden blinkie ein haus bauen die scheiß weder meise ah lol meine taschenlampe von der shotgun ist jetzt ach ja die haben das ja gemacht dass es an die seite kommt stimmt da war was ja apropos ich habe keinen ich habe kein licht an der shotgun weil das mir auf den sack gegangen ist das ist ja auf den sack gegangen hast nicht ja warum doch kostenloses weil es halt oben drauf war ja jetzt wo ist der ich höre ihn doch warum summen ne 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 ich glaube da war ein ambient ne 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 Aber er hat nichts dabei. Ich glaube, dem geht es auch nicht mehr so gut. Hola! Guten Tag. Tod. 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 Äh, Hanky ist noch nicht tot. Nein, Franks sind beide nicht tot. Hanks, Hanks. Ich glaube, es ist Hanks, oder? Waren das jetzt Hanky? Ja, Hanks sind beide nicht tot. Alter, ich bin der gerade nicht so. Ah, Hank! Aber erst ist Hank tot. Alle tot und wir müssen heute... Da ist noch jemand. Versteckt dich nicht. Es waren zwei Hanks, ne? Ja, beide tot. Oh, ich habe ihr die Beine abgeschlagen. Ja. Oh, scheiße, Entschuldigung. Ich wollte sie tragen und es wurde mir nicht angezeigt, richtig. Ich muss aber erst mal Rüstung anlegen, bevor ich hier... Fangen die hinten an? Oh, warte. Ich hole die mal aus dem Wasser. Ja, würde ich sagen, bei der Dame hier. Warte. Nur noch einen aus dem Wasser und dann... Wischen. Dass man dann nicht einfach wechseln kann. Nein, man muss erst die blöde Stelle richtig sehen. Ja, ist das passiert. So. Ähm, Matze? Bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Nein. Hey. Warte, die richtige Stelle. Okay, nochmal. Warte, 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 warte. Jetzt. Eins, zwei, drei. Warte, 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 warte. Ich hab Hank. Hank, 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 Hank. Ah, ah. Okay, hab. Eins, zwei, drei. Das Co-Spiel wird von einem Studio gebaut, das er nicht kennt. Oh, nicht schlimm. Das klingt danach, als wären die Publisher... Nee, ich lese gleich, wenn wir alles gehäutet haben. Hm? Hab. Eins, zwei, drei. Klingt nach für ihn. Als wäre das Auftragsbearbeiten oder Lizenzen. Ja, 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 aber das kostet ja trotzdem Geld, wenn du die beauftragst. Ne? Den hier vorne? Nee. Nee? Den da hinten? Ja. Okay. Nein? Warte, es hat sich bewegt. Jetzt kam ich wieder. Oh Gott, es bewegt sich schnell! Eins, zwei, drei. Es rutscht halt weg. Nehmen wir mal auf immer die gleiche? Ich weiß es nicht. Dann sollten die vielleicht mal in Wasser schmeißen, die wir schon haben. Hier die Dame, der Dame, der Mensch. Ja. Eins, zwei, drei. Ist wirklich so, aber wenn man die so ein bisschen anstupst, dann verrutschen die. Dann hast du ein Problem. Äh, Wasserleiche oder? Ne, ich hab's nicht. Äh, lass uns erst Hank machen. Hank, Hank, Hank. Wo ist Hank? Ach da, Hank ist vor mir, ne? Ja. Ja, die scheinen ja gut am Game zu verstehen. Ja, ja, aber man... Ich sag ja nicht, dass sie es nicht machen sollen. Die sollten nur aufpassen, nicht zu viel zu machen auf einmal. Weißt du, was ich meine? Die neben Hank. Ja. Eins, zwei, drei. Ich will ja nicht, dass die Plätze gehen durch aus Versehen Sachen. Das meint ihr nur. Das andere sag ich ja eigentlich gar nicht, oder? Das, das... Jetzt die mal da mit dem Wasser. Ja. Ja. Das ist die einbeinige? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Hier fallen die Russen wenigstens nicht weg, weißt du so? Äh, ich hab schon wieder voll. Meine liegt hier. Hier liegt auch eine. Ja. Äh, wo liegt noch eine? Da liegt eine. Ich kann auch nicht mehr. Aber ich muss mal kurz anlegen, dann kann ich wieder. Ne? So. Ich glaub, das hier war die, die ich da oben aus Versehen geäußert hab. Ja. Äh. Ich bin da her. So bist du hin. Da. Wo hattet ihr noch eine hingeschmissen? Ob das war's? Na, na, ich meine eine von euren Häutchen. Häutchen. Keine Ahnung. Okay. So neid. So neid. Naja, wir finden ja hier noch ein paar mehr, ne? Ja, kommt bestimmt noch. Jojo. Hier ist so schädelmäßig unterwegs. Hänge, Knochen. War'n wir hier schon mal? Hier ist ein Fisch. Warum ist denn ein Fisch drin? Hier sind einfach Fische drin. Gute Fische. Heilige Fische. Wo war das, wenn wir hoch gingen, glaub ich, war Dead End. Und wir mussten runter, oder? So. Mhm. Bin mir nicht sicher. Was war das? Da ist irgendwas rum geflüttet. Ne, hier ist ein mega langer Gang. Und dann... Kann ich machen, Fry. Könnte ich machen. Ja, aber ich glaub, hier geht's lang zum Fisch. Fäser. Bippe? Ah, Freunde. Ah, eng. Unpraktisch, wenn jetzt alle mitfassen. Ich würde keinen draufschießen wollen, ne? Ah! Ja, ich hab noch die Nicht-Ziel-Munition drin. Okay. Bö? Oh, da schnarcht was neben mir. Unverschämt. Stütze, du musst. Eins, zwei, drei. Ihr dürft aber gerne... Ihr dürft auch gerne mitmachen, dann kann ich mehr sammeln. Da fliegst du schon. Wo warst du gerade? Ich hab's doch gerade gesehen. Hier. Hier, hier. Hier oben. Oben. Hier. Schatzi. Ah, da. Blindheit, Blindheit. Äh, ja. Dann... Ich haute jetzt einfach, ja? Ja. Häute einfach mal. Ey, Matze. Hä? Mir wurde gerade angezeigt, dass du das Spiel spielst. Oh, wow. Ja. Das ist ja irre, ey. Ja. Einfach mal gerade angefangen, das Spiel zu spielen. Du bist... Fänner, meine Ahnung. Ich kann kein... Ich kann kein... Ich kann kein... Spiel spielen. Also, finde ich... Das heißt, ohne uns spielst. Ja, echt. Nein. Nein. Ich bitte schon mal, um zu wissen, wie es weitergeht. Ja. Da. Aber war doch... Mussten wir doch... War doch unten Lettend? Weißt du nicht. Oder war die Höhle ein Kreis? Kann auch die Höhle... Nee. Es gab zwei Richtungen. Eine, die weiterführt zur Taucher-Rüstung und die andere führt zu Star-Gar. Oh, hier liegt Zeug. Äh, Medizin und ein Mensch. Oh, Musik. Hier war die Star-Gar offensichtlich, weil er hat Star-Gar Amo gehabt. Genau. Hier ist eine Musik. Hinten um die Ecke. Hier, wo die Musik spielt. Ja. In der Decke. Ja. Und dann noch weiter, wo dieses komische... Kann man das ausmachen? Und äh... Wie dieses komische, rote... Hier ist der Schuh, der andere. Exist. Ja, du hast den anderen Schuh auf dem Stein gefunden. Hier ist der andere. Du musst das dann... Ja, ja! Das müssen wir mitnehmen, eigentlich. Aber das hängt doch oben drin. Das ist die beste Musik. Okay, wir gehen weiter. Wir holen uns einfach eins mit Kevin. Der muss dann einfach mal mitkommen. Am Strand ist ja eins. Da gibt's für immer Hardstyle. Am Strand war eins, ne? Huh. Babys! Biver of the Babys. Dass das nicht tot. Dass das nicht tot? Glaube ich. Einmal Babys gehört... Also... Alle leise. Ja, guck mal, ob da noch mehr sind. Da ist ein Mann in der Wand. An der Decke. Und hier was rot ist. Ja, das ist... Endlich sehen wir das Baby vorbeifuscheln. Nein! Nein! Bleh. Oh, hier ist nichts. Das habe ich letztes Mal nicht gesehen. Das ist... Don't leave us hanging. Er hat keinen Zeit. Aber er hat Wein dabei. Äh, ich meine... Wein. Wein. Das war nicht falsch. Das letzte. Hard stuff. Ja, genau. Okay. Drück! Drück! Back! We have to go back! Game over. Game over. Ich dachte, auf dem Rückweg könnte noch mal ein Hanks fahren. Ja. Und noch mal Babys. Okay. Mir fällt schon Musik. Ja. Nicht der Hardstyle. Da kommt gleich... Da kommt gleich... Trau... Oh. Coconut cherry. Coconut cherry. Ja, wo... Überall wäre... Immer diese Werbung. Das ist... Weißt du... Wir sind außerhalb jegliches Radioumfangs. Wir können kein Hilfesignal absetzen. Aber Werbung. Wir können Werbung empfangen. Ah! So typisch. Weißt du... Und wenn nichts funktioniert... Werbung ist da für dich. ...kriegt immer noch Werbung. Und du musst einfach dein Hilfesignal als Werbung tarnen. Dann kommt das auch durch. Ja, absolut. Das ist genau das, was ich mir halt denke. Titanic Flut kommt gerade. Hahaha. Ich weiß nicht, ob ihr das hört könnt. Ich glaube nicht. Go on! Hier ist ein Schädel in den... Hübschi. Hübschi Schädel. Hier ist Wasser, 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 Wasser. Ja, wir müssen jetzt auf dem Wasser recht oben gehen. Warte mal. Flasche? Kann ich die nachfüllen? Das wirst du können. Nö. Das ist, was wir können Trinkwasser. Das ist Salzwasser. Oh gut. Ach ja, stimmt. Das ist eine Seehöhle. Mhm. That makes sense. Shit. E. Ah. Uh, ich hänge fest. Robert? Robert. Da lang? Da lang? Geht's da hinten nach irgendwo lang? Oder? Hier, also nur Wand. Da ist nur. Okay. Da ist eine Wand. Wir müssen krauteln. Krauti, krauti. Hier ist eine sehr offene Höhle. Mütlich. Ja, ich glaube, hier waren irgendwo... Unten waren die Monster. Unten waren die Monster. Warum können wir eigentlich keine Rettungsweste mitnehmen? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Aber hier... Genauso weh, dass wir diese scheiß Akkubohrer nicht mitnehmen können, die wir. Also hier ist halt das... Hey, hier waren überall Arme und hier war der Hai drin. Genau. Wenn du die Arme und die Beine da reinschmeißern, konntest du auf den Hai. Den Hai locken. Aber ich glaube, er ist nicht mehr da, weil wir ihn schon getüttelt haben. Nein. Hier drüben sind Energy Drinks. Energy Drinks! Ja! Mehr Energy Drinks for me. Ja, wir mussten ja hier lang. Hm. Aber hier kann ich trinken. Hä? Warte. Warum kann ich hier trinken? Das ist doch auch mehr Wasser. Sollte Salzwasser sein, sonst könntest du kein Hai da drin haben, das stimmt. Aber ich kann hier meine Wasserflasche auffüllen und trinken. Du musst ja wissen, was du verpasst. Gutes Game. Also, du weißt doch gerade, wenn du auf einer verrückten Insel gefangen bist, sind die Grafikkarten 70% reduziert. Da hast du recht. Äh, hallo. Ich würde gerne... Hallo. Nein. Na? Plan, ne? Normatisch. Einfach rein ins Wasser. Rödi, rödi, rödi. Müssen wir da da? Ja, ne? Müssen wir da? Ja. Ich schwimme langsam. Nee, ich sammle gerade noch was da rein. Ja, da war ja ein bisschen energy. Mit Essen. Tatsächlich, hier kann man was hatten. Das ist ja strange. Das ist ja ein Süßwasser. Teich, See, Meer. Ich würde im realen Leben niemals in eine Unterwasserhöhle reintauchen. Gut, das auch. Oh, 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 oh. What happened? Son, äh, what? Hä? Das ist der Höhlenausgang, Schatz. Ist plötzlich hell gewesen. Das hat mich verwirrt. Das ist der Höhlenausgang. Der Ausgang dieser Höhle ist nämlich im Wasser. Das ist die einzige Wasser... Ich weiß nicht, in welche Richtung ich schwimmen soll. Das ist es ja gerade. Das fühlt mich gerade hart. Nach oben. Nee, da ist Stein. Nach oben. Du musst nur die richtige Stelle finden. Aber plötzlich, dieses Blenden war nicht nett. Das war nicht nett. Okay. Also da haben wir schon mal eine... Auch, Kenny. Waren wir denn in dieser Party-Location? Schon. Party-Bunker? Ja. Der Entertainment-Bunker ist der Bunker, wo der 3D-Drucker ist. Und dann waren wir drin. Dann wurden wir zu einem anderen Bunker geschickt. Ja, und in dem Entertainment-Bunker kriegen wir halt den... Lass mich mal eine Taste drücken, Computer. Ich hätte gerade die Einrast-Funktion aktiviert. Plötzlich. Tatsächlich? Ja. Follow me. Follow her. Ja, lass mich jetzt mal... Mann, ich darf nicht mehr rennen. Jetzt, jetzt nach 3 Stunden meckert er, dass ich meine Renntaste drücken möchte. Ich kriege jetzt fiese Sounds, wenn ich da drauf drücke. Weil du Einrast-Funktion... Ja, aber erst nach 3 Stunden. Das passiert, wenn du da öfter drauf drückst. Ja. Wenn du da frequent drauf drückst. Ja, aber... Zu schnell hintereinander drauf drückst. Aber warum denn jetzt erst? Macht auch gut, kein Sinn. Klar, du musst das halt immer deaktivieren. Aber es hat gerade fiese Piepsler gemacht. Ja, das macht... Ja, das macht... Das Schlimme ist, wenn du es unter Windows 10 ausstellst, dass die Einrast-Funktion überhaupt aktivierbar ist, stellt er das wieder her, wenn du irgendein Update machst. Das ist so bescheuert. Aber jetzt zum Beispiel drücke ich auch öfter da drauf und er macht gar nichts mehr. Das ist auch weird. Wenn du die 5 mal schnell hintereinander drückst, passiert das. Aber so bin ich auch gerade nicht heran. Ja, egal. Scheiße. Egal. Bist du nicht richtig drauf gekommen, dann hat er halt... Wem werdet ihr denn angerufen? Weiß ich nicht, hat jemand gebellt? Ah, hier. Mann, die. Ist mir egal. Ich geh weiter. Dann haut er auch schon wieder ab. Verdammt, wieder eingefroren. Da sind unsere Freunde, die kultisten. Frey, wie viel Uhr ist es? Ey, wir haben den Sterben geschmeißen. Hm? Was? Der hat mit dem Stein nach mir geschmissen. Das ist aber nicht freundlich. Ich find's lustig, ich krieg die ganze Zeit Gewitter-Sounds. Ich auch. Und das ist halt einfach... Bei relativ klarem Himmel. Mhm. Wunderschön. Gewitter. Ja, ich hab schon ein bisschen... Gewitter! Ja, aber das ist... Also bei mir sind blaue Löcher in den Wolken. Ja, das stimmt. Ja, da, ja. Aber manchmal kann das auch sein, dass der... Also das wäre ja auch nicht so laut, ne? Das wäre irgendwo hinten im Hintergrund zum Grummeln, ne? Ich hab mal... Ja, richtig. Ich hab tatsächlich mal ein Schneegewitter miterlebt im realen Leben. Fies. Das ist super geil. Ist das nicht auch super fies, wenn man dann draußen sein sollte? Man sollte nicht draußen sein dabei. Man sollte dabei nicht draußen sein, nein. Ähm, ich war in der Tram. Also von daher ist das gut. Äh. Krass. Äh. Äh. Ich lauf so an Leuten vorbei. Ah! Die wollten mich mitnehmen. Okay, cool. Rest gut. Wo ist denn? Hinter euch. Hat keine Arme mehr. So. Keine Arme, keine Plätzchen. Oder Kekse. Da oben! Was? Ja, ich glaub, ich hab ihm deinen Arm abgeschnitten. Bin mir aber nicht sicher. Matze hat jetzt noch einen erledigt. Da kommt noch einer. Da steht. Oh, er rennt weg. Aber Matze rennt hinterher. Weiß nicht. Nein. Ne. Wir erlaufen jetzt dem anderen Kannibalen. Nein, Quatsch, du bist ja gar kein Kannibalen. Du bist so der einzige Kannibale. Hallo! Ja, und es gibt nicht mehr mehr ein Achievement dafür. Das ist voll traurig. Oh. Ich muss... Armes Lari, nein. Ich muss im ersten noch das Achievement holen, dass ich vier Familien gegessen habe. Oh. Oder eine Familie. Ja. Aber dabei hab ich doch schon so viel gegessen von denen, oder? Steh ich gar nicht. Oh je. Hier sind Bäume nachgewachsen. Lol. Stimmt einer. Das haben wir doch irgendwie auch geändert. Ja, irgendwie 10% mehr oder so. Tatsächlich pass... Ne, es ist... Das ist es wirklich passiert. Ach, wir sind zu Hause. Lol. Ja, wir müssen Asteroid vorbei laufen. Happy Times. Das ist wirklich keine Orientierung. Nö. Nimm Kevin mit! Nein. Aber... Aber... Musik... Stimmt nur. Musikbox, Kevin. Ist dir nicht kalt? Wir holen die... Irgendwann mal später, die Musikbox. Vielleicht im Sommer. Was ist mit Spray? Ich hab dir doch gesagt, das waren 38. Jetzt ist es 41. Wie viel Uhr 41? 21, 41. I did not hear that. Ich hab auch nur die 41 oder 38 gesagt. Ja. Ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Keine Ahnung. Okay. Ich hab dieses... Keine Ahnung, diesen Jingle. Ich weiß nicht mehr. So im Kopf. Von was? Nein, es ist halt so ein Soundalert. Der, aber, ähm... Ich hab, es ist eine Trompete. Äh, nee, ein Saxophon. Nee, 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 nee. Den. Das ist ein... Das ist so ein Lied aus dem 18. Lied. Ja, ja, aber es ist halt ein Soundalert-Stückchen. Weißt du so? Aber ich weiß auch nicht, wie das Lied heißt. Und das hatte ich gerade im Kopf. Das, was du drin hast? Ja. Careless Whisper. Ja. Und das wird auch... Das wird auch mal gefleckt, das dumme Ding. Du hast aber gerade ein Trompeten-Stück aus noch einem anderen Lied nachgemacht. Ja, aber das hatte ich trotzdem im Kopf. Also hast du nicht Careless Whisper im Kopf. Ach so, okay. Hallo, Jamie! James Jackson! Wie geht es dir? Hallo, hallo! Willkommen, willkommen, willkommen. Oh, hier wird geschossen. Das will wieder. Bibi hat geregelt. Wie geht's? Wie steht's? Wow! Wird von der Seite angehaucht. Von einem Hunde oder von wer? Nee, von einem Monster, das Vivica getötet hat. Ja, ja. Willkommen, willkommen. Nochmal so. Hallo. Ich bin gut genug gesprungen. Lalalalalala. Das Wasser springen, aber ich bin nicht gut genug gesprungen. Und du bist ins Wasser gehöpft. Gehöpft. Ja. Gehöpft wie gesprungen. Mama. Und die Flaren und rennt und rennt und rennt immer weiter. Und weiter. Und weiter. Guti. Und hier spiele ich ab und zu auch Sons of the Forest mit einem Kumpel. Aber bisher noch nicht erfolgreich wie bei euch. Sind wir erfolgreich. Also, wir müssten jetzt dank den Patches ja eigentlich alle Höhlen nochmal alle abgehen, damit wir die Pingpoints haben. Also da, wo man hinmüsste, wegen den Keycards. Und wir suchen jetzt verzweifelt nach einer Keycard, die wir wahrscheinlich dadurch verpasst haben. Dadurch, dass es gepatcht wurde und die woanders hingesetzt wurde oder irgendwie sowas, ne? Weil wir waren ja eigentlich überall, sonst hätten wir sehr mitgekriegt. Aber. Ach lol. Ach lol. Es pingt. Ist das der Partykeller? Das wollte der Entertainmentkeller sein, ja. Aber da waren wir nicht drin. Das ist dann nicht der Partykeller. Ich glaube nicht, dass wir im Partykeller waren. Da waren wir noch nicht dann. Wir waren nämlich bei dem 3D-Druckkeller. Aber macht dir das Spiel dann bis jetzt Spaß? Uns macht das auf jeden Fall Spaß. Utsch, 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 wo bist du denn? Ja, ja. Geh hervor. Bäh. Geh hervor. Gehe hervor. Gehe sie hervor. Quetsche sie durch. Bäh. Erstmal die Waffe zücken. Und es ruckeln lassen. Was hat's auch geschafft? Ja, ich bin an einer komischen... Uuuuh. Das ist doch das bestimmt, wo das Baby gerade lang... Ne, Quatsch, das hat ja geleuchtet. Rot, ne? Umgelangschließt. War das eine ganz andere Stelle. Weil das Baby... Oh. Oh. Hallo, ihr Drucker. Was? Boah, es ruckelt gerade ekelhaft. So Tearing, alles mögliche. Das ist, weil wir es alle noch nicht geladen haben. Ja. Kann ich bitte die... Oh, aber ich kann jetzt schlafen. Ich speichere mal. Hier ist auch ein 3D-Drucker, tatsächlich. Kann man auch speichern. Hier ist ein Buch. Parallel Universes Book Collected. Parallel Universes and Travel Between Them. Bei Tim LeBond. Ja. Wissen Sie, wer Tim LeBond ist? Jetzt sind wir aus dem ersten Teil. Tim? Nein. Nein? Der Typ auf dem Bild hinten. Der Sohn. Der Sohn? Also, wie wir Schwester? Ja, Timmy. Nein! Wie man, äh... Timmy hat überlebt. Ah, so ist das ja. Ich geh mir aus dem Weg. Ah, dieser Scheißstuhl! Geh mir aus dem Weg, du. Hi Security, du willst. Irgendwas... Zhang. Das ist doch vom Anfang nicht der Hut. Tianyo Zhang. Ja? Der uns am Anfang die Knarre um die Ohren gehauen hat. Ähm, guck mal. Die Rüstung auf dem Bild. Der hat ja auch diesen silberen Anzug an. Oh. Helmet an. Das ist die... Das ist, was du auf der Rüstung... Auf den Dingen... Ja, ja, aber das ist die ganze Rüstung. Das find ich cool. Ja, das ist die stärkste Rüstung. Haben wir, haben wir, haben wir... Hier sind eine ganze Menge Pfeile in der Ecke. Darf ich? Ich muss noch die... Da... Ja, hier, das ist das... Das ist das Anzug-Typ. Ja. Vom... Vom... Intro-Video. Achso, ja. Können wir die Bilder mitnehmen? Leider nein. Ich würde gerne unser Zeug halt... So mehr ausrüsten, also dekorieren und so. Das Bild hier, was an der Wand hängt, ist schon ziemlich krass. Da sind ein paar Terien. Was hab ich denn jetzt? Hast du eine kleine Nummer? Maker? Nee, weil ich alle gedacht hab. Schief bin. Ich hab alle, alle 3D-Druck-Sachen gemacht. Aber das hätte ich doch dann auch schon nix. Ah, hast du den, den auch den, äh, den Grappling-Hook gebastelt? Es kann sein, dass ich mir keine Pfeile gemacht hab, tatsächlich. Ich hab jetzt Pfeile und Grappling-Hook noch gemacht. Das hab ich nie gemacht, deswegen. Grappling-Hook hab ich mir, glaub ich, schon mal gemacht. Deswegen liegt hier auch noch einer. Die Grappling-Hook hab ich mir tatsächlich nie gemacht, weil die ich immer gefunden hab. Ja. Naja, du kriegst da schon. Ja, hier liegen die auch wieder toten Stück. Häng ich denn fest, Alter? Ich mach mal ein paar Rüstungsdinger. Ja, das darf ich auch noch gleich mal eben kurz Pfeile machen, damit ich das Outchiefment auch kriege? Aber, äh, aber, 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 Mats hat's doch gekriegt mit durch mich. Hä, durch dich? Ich hab die gemacht. Ich hab's, ja, ich hab grad gar nichts gemacht. Okay, dann weiß ich nicht, wenn das nicht funktioniert hat. Egal. Sonst mach ich jetzt nochmal. Ich geh mal langsam gucken, was hier... Hier ist ein Roomba! Roomba. Wieder ein Prinzessin oder ohne Prinzessin? Ohne Prinzessin. Der was? Das heißt, er war ja nur in dem... In dem hübschen... Da ist so hell. Ja, beim Ding. Das ist hier nicht ins Licht. Das ist so kryptisch. Iiii, oben, 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 Schleim. Guck mal nach oben. Licht ist... Guck nach oben. Oh, ist das hell, Alter. Ist ja gar nicht... Okay, warum haben die... Achso, das ist die Wand, die ich hier verschoben hab. Also, sozusagen. Aber... Guck mal hier, das ist so was für euch. Was denn? Date me, CCC. Guck mal, die Tasche. Ich denke, Date ist das Ding, was... Ich weiß. Date. But I want to date it now. Hier ist eine Tür. Und hier ist Geld. Wahrscheinlich kommen wir hier mit Vivis Keycard rein. Ist das SF anstatt Louis Vuitton? Ich drück jetzt, ja. Mach das. Drück auf den Button. Fisch the Button. Ich think that was the Vivi one. Ja, ja, ja. Hat man auch mal Licht hier? Hallo? Lichtschalter? Oh, okay. Das ist ein Sportraum. Wasserflasche, tust du... Oh, schade. Und Wasserflasche auch. Dann ist er wieder repariert. Es steht hier. Dear guests, we are aware of the air conditioning not working in the gym area. Our mechanics are working, so this is as soon as possible. We apologize for any inconvenience. Albert Pitch, Assistant Manager. Aber ich finde gut, dass an jedem Ding Desinfektionsmittel... Followable Guest Services. Und hier, ähm... Ja, liegt jemand. Ich trinke erst mal. Aber wirklich, überall Desinfektionsmittel. Das gefällt mir. Das ist ein guter Gym. Und in der Mitte ist so ein Spa-Raum. Ist cool. Oh. Ein Yoga-Raum. Ja? Ja, oder ein Spann, kann man ja auch sagen. Hier liegt jemand tot auf seiner Dinge. Hier auch. Auf der Laufbahn. Hier liegt jemand sehr zusammengekoppelt in, ähm, in vierte Stellung. Warum hier sind hier Steine? Das ist alles. Ich hab auf den Ball geschossen. Wo hast du hingesch... Entschuldigung. Warum schießt du? Oh. Ich wollte gucken, ob... Nicht... Oh. Die hab ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich wollte gucken, ob die Bälle kaputt gehen und nicht auf die drauf schießen. Oh, jetzt haben sie uns gehört. Oh, jetzt kommt noch was. Deswegen. Mein ist weg. Die sterben schnell. Ja. Ähm, braucht ihr noch? Habt ihr noch? Wollt ihr noch? Läuft noch was. Was? Ich heute, ja? Ja, nimm einfach. Alles gut. I will do this now. Da ist ein neues Kraftfüllrezept in meinem Inventor. Okay. Nimm, 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 nimm. Äh. Hier ist ein Schwimmbad. Du kannst hier die Steine aus dem Zen-Garten nehmen. Das finde ich schön. Nimm sie mit. Ach so. Die Person hat sich hier wahrscheinlich versucht zu... Äh, das hat nicht funktioniert, Jess again. Hä? Nein. Die Person nennt ihr in dem Zen-Garten. Ach, mein ist voll. Ja. Hier ist Schleim. Und da geht's... Schleim. Das ist nicht in der Bar oder so. Über Schleim. Aber hier waren wir echt noch nicht. Aber ich finde, hier ist noch ein Energy-Drink. Weiß denn was noch? Einmal trinken. Genau. Ich wollte gerade sagen, hier ist ein Pizzakarton, aber... Ja, ich hab mein Energy-Drink-Ding. Yes. Ich brauch noch ein bisschen. Ich hab's aber auch exzessiv... Und zwar nur ein Schwimmbad. ...gemacht. Hinter euch? Also... Ja, ist nur eine Tür mit Schwimmbad. Ja. Ja, lass uns da doch mal eben hingehen. Alter, das sieht so geschlossen aus. Also könnte es da nicht weitergehen, ne? Iiii. Ja, ja, das ist jetzt geschlossen. Iiii. Aber schön, aber iiii. Hat ein bisschen was von Endgegner-Raum zum anderen Spiel. Ja. Aber iiii, aber schön. Oh, die Flamingos! Jemand encased den Schleim. Hab die Babys. Habt die Babys auf eurer Seite? Nö. Nö. Warum sind die mal bei mir? Iiii. Die wissen, dass du sie nicht merkst. Ich will auch... Warte, hier! Flamingo. Hier! Ja! Ja! Was? Ich hab dir jetzt das Flamingo-Ding ins Wasser gestupft. Oh mein Gott. Hier war mal ne Tür. Ist auch so ein Schleimmensch. denkt an er in sieben minuten 20 denkt an er in sieben minuten musst du eine 20 minuten 20 stunden pause machen 20 stunden pause machen wir durch und dann nachher so drei stunden also wenn das update mitten drin kommt wissen wir das hier ist ein trainings anziehen 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 sofort anziehen ich will ihn sehen ab wir sehen carry any more energy drinks du musst welche trinken trinkt sie ich sag gerade bring more burn fish i will now eat the burn fish ist nicht so gut ne ich glaube den trainings ja ich muss ihn mal anziehen wenn ich keinen mehr anhabe du dich mal wieder aber erst und und wollen wir haben wir haben jetzt noch wintern wir jetzt noch winter wollte ich mal den nicht anziehen habe ich mitgenommen nachladen oh mein gott das sind so coole beruhigungs dinge die mit wasser voll sind ich habe keine waffe mehr ich trinke gerade aus vorsehen war keine muni doch ein shooter voll ins knie jetzt noch ein energy drink trinken warte irgendwie geht das todium nicht wo sind so coole entspannungs dinge da diese diese bots diese wasserbäder hier ach so da wo einer rein hängt und daneben ist auch eine sauna das bringt aber nicht viel hier müssen sondern saune nicht abgeschlossen sein also so zu damit die halt dampf aufbauen können wahrscheinlich war das alles hier eine große ja aber ich jetzt ein riesiges tor also hier ist auch keine tür drin im fitnessraum mit den geräten ich glaube mit realismus ja aber es ist sehr cool es soll modern und vielleicht war ja auch mal glas oder sowas besser so ich gehe einmal nur im fitness hier also ich gehe nicht durch türen und gehe nicht durch genau hier geht es noch in seine verwinkelte liegt in so import und entspannst dich und hörst nicht weil die dinge wahrscheinlich auch hier liegt noch eine klamotte und von außen auf einmal das ding aufgerissen und der guckt so mutanten hängt entgegen und macht irgendwas mit fans hier legt noch eine kleidung ich ging hier noch mehr kleidung also hier in diese ecke wo ich hinschweine habe ich sogar angezogen weil ich zu lange gedrückt habe der pyjama geht einfach maximal cosines das ist doch gut müssen wir uns dann auch mal umziehen wenn wir ins bett gehen dann wird auch natürlich immer und die damalige und dann hat haja buch machen jetzt muss ich aber noch mal ganz genau in die gucken hier ich habe er geguckt da ist nix da wäre stoff gewesen ja stoff auf der tür geht also wir kommen in die mieter aus wie tom cruise gerade in der dining hall monday at 3 p.m. vor special performance bei bad pivot den schon immer in live sehen und den dann zerschneiden und essen inhalt animal das wollte ich bei mir mama das betrifft noch nicht das meist irgendwas meist vor allem glas wand so höhle raus so wie bei der anderen damals old times okay wie geht es so eine treppe hoch ja die treppe gehen wir gleich was liegt da da ist irgendwas das nächste frei frei weiß ich nicht also es gibt sie abgespielt das manche mit der witte ist doch wenn ich nicht wenn ich wenn ich wenn ich blöd bin und die weiterkommen eigentlich ja ich gehe längst so wer geht die sind aus holz hochlaufen ist irgendwie ruckelig ich trinke noch mal was ich muss noch mal sprechen das hat geknackt was auch schön hier sind das finde ich richtig geil ich würde hier sehr gerne mal hinkommen es ist wirklich schön aber ohne die mutaten ja und ohne die babys wasser kann man trinken ja hier liegt jemand ist das bett wird e-mail collected note to all employees mr pufferton desires digital communication to be printed out do not leave digital copies of your communications and any devices and discard of all communications when done with them wo war die hatte ich sammle sie noch ein weil vorgelesen hast ja schon eingelesen eingesammelt oder lacht was ich habe was machen gehört die musik ist creepy hier da da hat jemand durchgeglitscht da ist gerade jemand durchgeglitsch ich habe seine beine gesehen also bei der weißen tür wenn wir da mal reingehen ja oder die system in der mitte nur die hatte spaß der ist exekutiert und hier ist ganz viel geld oder oder ist ein stripper ich weiß es nicht auf dem boden lag ganz viel geld in scheinen scheinen ich habe sogar das nicht tief mitgekriegt dass ich 1000 dollar collected habe muss man noch mal nutzen auch noch mal also wir haben jetzt zwei komische türen weiter richtung des nachtclubs also sollten wir erst ja es war vermutlich aber aber er hat eine gitarre im mund war jetzt tippa oder hier waren geld karton hier ist irgendwas schädiges aber ich will auch ein geld karton sehen warte dafür dass das alles hier shady ist liegt noch mehr brain bits und das schreien hier liegt noch mehr gelten habe ich nicht gesehen ich habe nur das geld in der mitte gesehen hier liegt auch noch mehr geld immer mehr geld karte den tischen geld auf den tischen hier ist auch noch ein geld was in der ecke also hier ging mir also hier war ja richtig ich war das ja auch ein strip klub ich bin mir sicher dass diese pillen container die wir gerade gefunden haben nicht wirklich gute pillen sind sondern wahrscheinlich drogen nein das sind heilungs drogen genau die sorgen dafür dass ein geist heilt oh gott hier wurde mir das schossen ist die karte die karte der von den beiden ist arnold in der anzug sache noch mehr tabletten wahrscheinlich frau ich weiß einfach nur um things you know what i mean no no where you got a note note for us e-mail an hank hank after searching the entire facility this factory despite having much more important task to be focused on we have managed to locate the golf clubs yes finally unfortunately the golf balls still elude us no meis goldstein ja aber wir haben jetzt golf bälle wir haben ja auch jetzt goldbälle gefunden alles gut bei es alles gut wie gott 22 22 uhr ja aber frei wir haben noch gerade noch den booger eben noch fertig okay okay we are aware okay da ist eine tür und da ist natürlich da sind zwei türen die eine mit mit dem und die große tür ich würde tatsächlich erst die kleine türen welche kleine türen ich sehe nur die große türen muss so wie die kleinen türen hier siehst du nicht das das grelle leuchten von blauen kika niemals do it now okay hello ich dachte ich dachte mir das hier ist wahrscheinlich eher nur ein kleiner lagerraum das andere ich keep an eye on jang jang ju he may be working for sahara oh last will and testament of edward puffton und ich kann kaum lesen aber das und wir haben eine maintenance bank als location bekommen ich kann das nicht lesen ich muss das glaube ich noch mal im tag und ich versuche zu lesen ich kann man fokuss so reginald puffton declare that this is it declares that this is my last will and testament now i need better light wait now i need better light please give me yeah 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 besser immer noch nicht richtig gut aber dass ich das nicht hier ist mir besser mal schlechter auch schon öfter passiert Was heißt das nicht materiell? Barbara Pafton, my spouse. I have the following living children. Virginia Pafton. The term child or children as used in this will only indicates that the above listed children and does not include any other children of mine. Oh, he also has other children that are subsequently born and legally adopted. My goodness, I can't say that. Executor. Oh, that word can I can't say again. The term executor in this will and is synonymous, also synonym, no. Also symbolisch wahrscheinlich. With and includes with and includes the terms personal risk. Boah, diese Schrift, ne? Das ist heftig. Ne, ich kann das nicht mehr lesen. Da wird schlimm für meine Augen. Ich krieg's nicht mehr gebacken. Nicht no board or other I appreciate will. Und dann ganz schön viel Geld. Also der, der, derjenige, also Virginia will ganz, will, will, will. Das sind, boah, wie viele Nullen sind das? Ganz viele. Ganz schön viele Nullen. Also Virginia, ihr habt über, über 500 Tausend, äh, 500 Millionen? Ja, über 500 Millionen. Fast 600 Millionen. Dollares. Das ist einfach nicht gut lesbar, das Ding, es tut mir leid. Aber da bräuchte man so ein, ähm, Lesending wie bei Resident Evil und so, dass die das in Klarschrift nochmal hinschreiben, weißt du so? Weil das ist ja eine Schrift, die irgendwie keine Vektorgrafik hatte. Wenn wir das mal so sagen. Ne? Ja. Weil sie ja zerquetscht und ekelhaft matschig geworden ist. Habe ich alles in dem Raum. Aber, äh, also Virginia ist halt die einzige Erbin, ne? Das haben wir jetzt verstanden. Wird ganz schön viel Reichtum, wird einen ganzen großen Kasten Reichtum erben. Und noch irgendwas anderes. Das Wort, das konnte ich nicht lesen. Beim Exekutor. Ma, äh, äh, die dürfen weitergehen. Ähm, ähm, I'm ready. Sind wir alle da? Ja. Ich hab nur schon wieder Schluck auf. Ziel schon mal. Das. Komm näher! Okay, komm ich halt näher. Oh, ich hab... Wollte eigentlich dich auf dem Boden treffen, aber ich hab, äh, nicht gelaufen. Weil er aufgestanden ist. Nein, ich will keinen Freund mitnehmen. Hui. Ich glaub ich schmeiß sie auch grad nur noch rum. Aber einmal kurz trinken und essen. Ich seh nämlich meine Energie ein bisschen low. Weißt du so. Und ich seh, dass ein kleines Vieh auf meinem Bildschirm ist, weil es das hellste Objekt in meinem Raum ist grad. Okay. Genau, und Fallout New Vegas ist ja bei Epic rausgekommen heute. Äh, nicht rausgekommen, frei. Jaja, das ist cool. Very nice indeed. Okay, hier geht ein Tunnel weg. Naja, deswegen gehen wir erstmal näher. Ja, ja, ja. So heißt das, links rum gehen. Wieder ein Tisch mit Blut. Die Stühle gefallen mir aber. Die sind schön. Möchtest du dir? Hier geht auch ein Tunnel lang. Möchtest du dir hier in der Einrichtungstipps rum? Ja, ich mag die Stühle. Die Lampen sind auch cool. Guck dir das doch mal an. Oh, wie wär das zum Lesen? Ja, ich mag die Stühle und die Lampen sind auch cool. Hier ist another one. Artefakt. Scheiße. Haben wir das Artefakt schon mal gefunden? Haben wir schon ein Artefakt? E-Mail über das erste Artefakt. Okay, gut. Ich wollte grad fragen, haben wir ein Artefakt gefunden? Haben wir das erste gefunden? Babys? Baby? Ja, da. Aber das sieht aus wie ein abgeschlossener Raum. Ich bin mir nicht sicher. Alter. Ihr geht in den rein. Okay. Warte, ich komme. Da sind auch noch mehr Babys in dem anderen Raum. Tunnel. Okay. Okay, hier geht's. Da hinten ist, glaub ich, ein Cave-in. Da geht's nicht. Richtig sehr. Ja. Ja, ja, ja. Also geht's hier vermutlich nicht weiter, oder? Ähm. 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 Bin ich mir nicht sicher. Was geht da lang? Ja. Okay, hier geht's weiter. Also erst. Warte, warte, warte. Das ist noch nicht tot. Pfff. Ich komm will wie hier. Ach, ich hink fest. Also das andere Tunnelchen dann nehmen. Erstmal in den anderen Raum gucken. Ja. Nachladen hab ich keine Munition mehr. Oh, oh, okay. Dann wechsel die Munition. Unten guck. Das ist schon die zweite. Oh. Ja. Dann nimm die andere Waffe. Ja, mach ich gleich, wenn die leer ist. Oh, da ist auch ein Hank. Hanky und eigentlich ein geiles Kino. Ja. Oh, richtig geiles Kino. Das muss man abgucken. Das ist schön. Sind die noch nicht tot? Ich hab noch drauf geschossen. Was zum Fick? Hängt es auch nicht schwer. Jetzt hab ich keine Munition mehr. Warte. Jetzt hat er gechiss. Oh, oh. 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 Loll. What the hell? Oh, wie Hank da? Einfach in der Ecke steht. Oh, guck mal. Da ist so ein Plazenta-Tip. Und einfach Blut. Der Sound ist aber eklig. Ja. Also... Ich muss sie mal kurz woanders hin packen. Äh, wo bist du denn, du kleine 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 ... wo ist sie wo ist sie da danke kein 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 ding ins ne ein schutz okay schaufel ist noch auf sie ja nicht mit der kitzensäge wieso nicht verstehe ich müssen sie mir noch mal erklären aber das ist ein cooles kino eigentlich ein steuer gedipptes kino und trotzdem halt ist wenn wir laufen ja es halt überhaupt gerade krass als ob irgendwas also ihr könnt gerne weitergehen aber ich muss mal etwas nachgucken gehen was denn etwas superheld nach hinten und da unten nee falsch ich bin oder wo war der typ mit der gitarre im kopf im skript club ist das bei euch da oben oder ist das bei uns oben das bräuch oben ja guck mal noch mal was hinter also hier rein hier warum 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 weg da geh weg jetzt gibt es auch noch leifengestellung wirst du die gitarre haben ja das ding ist ich habe gerade danach etwas gesucht um halt gucken ob ich eine klarschrift von also von dem testament finde und habe dabei auf einer website gefunden dass man theoretisch hier eine gitarre findet aber ich finde wir ja aber hier steht dass man die gitarre vor der kettensäge gefunden ich weiß nicht wie haben wir die kettensäge schon gefunden aber die gitarre doch aber es heilt gerade trotzdem hier überall oder da haben wir wohl schon ähm zwei gänge links oder rechts beides äh maryl hinterher scheinbar ok warte ich brauche jetzt eine lampe hast du nicht gerade eine fucking fackel ja deswegen muss ich die da rausholen hier ist äh ich sehe noch nix höre nix ja hi baby nein baby ok juna ist jetzt auf den stuhl drauf gehüpft du musst bitte aufpassen wenn du baby sagst so viel spielen ok cool also juna ist gerade bei prinz auf die auf das auf den sessel oder ich habe ja neben mir jetzt so einen stuhl und da liegt prinz gerade und schläft juna hüpft hoch sieht prinz und noch ein bisschen da hin aber sie ist jetzt runtergerutscht äh gehüpft und ja sonst verschiefer jagt sie meist immer prinz und ich bin da ja point of no return ok let's go are you ready ah hinter uns liegt das nein mal gucken das machen spiele gern hallo äh ok hast du das vor das ist vorbei im weg okay dann gehe ich vor eh das ist ein ausgang im wald warte kevin ist da was machst du im wald wir sind zu hause oder wie aber vielleicht mit weniger energieverbrauch das nächste haus den nächsten schlafplatz ist in diese richtung aber schlafen gehen feierabend wie das endlich ins bett er ist doch müde er ist doch kaputt und das lustige ist wir haben dann wirklich gleich vier stunden geschafft weil wir so lange überzogen haben wir halt genau es hat geruckelt es hat hart geruckelt ich hatte kurz angst dass das spiel abstürzt panik panik wenn ich jetzt muss ich komplett jetzt kann ich mir sehen ja panik 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 neben einem eingang das ist der 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 andere ist der stein da wo wir die keycard bräuchten nein 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 das ist ein anderer ähm warte warte speichern game saved game saved twice wunderbärchen dann gucken wir mal das spiel hat ich habe ja gesagt und kürtet mich ist auch geil ich weiß wo wir hingehen weil ich einfach drauf bock habe ok weil diese person auch ganz so lieb ist und liebe personen werden halt öfter gradet von mir ist ja klar oder ist doch ist doch ist doch logologisch oder was meinet ihr beide schon raus ich bin raus dann werden wir nämlich ne den whatsapp vorschlag habe ich nicht gesehen aber ich habe mich jetzt für diese person entschieden die lalehune heißt ja und sie spielt gerade hong kai star rail ob da spaß drüben lasst viel lieber da und wir sehen uns morgen zu einer crusader kingster runde samstag dann für eine war frame runde und dann wieder dienstag und donnerstag wieder mit diesen beiden chaoten und das vieh muss ich jetzt auch gleich töten hier krabbelt irgend so ein vieh rum äh genau dann einmal reden wo ist mein hirn wo ist mein hirn ich weiß es nicht ähm ja genau bis morgen schlaf gut lass lieber da wir reden jetzt hat der raid funktioniert das ohne frage wenn er funktioniert hat dann ja kann ich nicht stream stoppen